Hallo und herzlich willkommen zum Shisha-Cast, Episode 31. Grüße. Und wie ihr gerade schon gehört habt und für alle, die es auf YouTube gucken, auch seht, wir haben heute einen Gast dabei. Und zwar die liebe Tanja, a.k.a. Shisha-Mutti. Und der Alex ist natürlich auch wieder am Start. Ich bin der Alex und bin auch dabei. Hallo, guten Tag, Alex. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, meine alle. Auch. Hallo. Ja, wir haben heute zum ersten Mal tatsächlich einen Gast im Studio dabei. Wir hatten ja bereits einmal einen Gast im Shisha-Cast mit dabei. Das war der liebe Flo, a.k.a. CarbonSmoke. Episode 4 einfach. Ja, eventuell kam dann, weiß ich nicht, was, 27 Folgen ohne Gast? Aber müsste man eigentlich häufiger machen. Eigentlich schon. Ja, ist schon eigentlich cool. Deswegen gebt uns auch gerne mal Feedback, wie ihr das Setup findet mit drei Mikrofonen und natürlich auch vom Videoformat her. Ja, wollten da eh schon mal länger ein paar Gäste einladen. Ja. Und jetzt probieren wir es mal aus. Jetzt probieren wir es aus, ja. Ich habe nämlich, also eventuell ist dieser Shisha-Cast mit Gast aus meiner Inkompetenz raus entstanden. Munkelt, Mann. Also eigentlich, also das Problem war eventuell, der Alex so, Marvin, wir müssen noch Shisha-Cast drehen, damit wir noch genug vor Spanien haben. Ich so, ja, okay, können wir machen. Dann fragt der Alex so am Donnerstag. Ich so, ja, ja, Donnerstag machen wir. Dann haben wir die Tanja geschrieben, hey, ich habe bald Urlaub, wollen wir mal was machen? Wollen wir irgendwie, weiß nicht, kann ich mal rumkommen? Wollen wir irgendwie was starten? Ich so, ja klar, safe, gerne. Und dann so, ja, wann kannst du denn? Ich so, ja, Donnerstag. Zeit-Management kannst du. Donnerstag wäre super, da habe ich nämlich noch nichts. Und wann habe ich die geschrieben? Vor gestern? Gestern Abend. Gestern Abend. Mir auch gestern Abend. So. Ja, dann vielleicht gestern. Gestern Abend kommt nur so die WhatsApp. Alex, morgen haben wir doch Shisha-Cast, oder? Ich meine so, ja, warum? Ja, ich habe eventuell verkackt. Also eigentlich, und jetzt kann ich es ja aufdecken, war das mein Masterplan von Anfang an. Natürlich. Ohne, dass ich es euch beide zu früh wissen lassen wollte. Klar. Ja, das war alles durchdacht. Ich tue immer so ein bisschen, als wäre ich so ein verplanter Dummkopf. Aber eigentlich bin ich der marionettenführende, super-clou-knüpfende Mafia auf, das glaubt mir nicht. Ja, okay, ja, ich bin abgefahren. Gut, nee, aber aus der Not heraus, dass ich eventuell zwei Termine gleichzeitig hatte, habe ich mir gedacht, warum verbinden wir denn nicht diese beiden Termine einfach zu einem Termin und machen einfach einen Shisha-Cast mit Gast und mit der lieben Tanja zusammen. Also als Gast. Also es sind nicht zwei Gäste. Ja, also als Gast Tanja. Genau. Ja. So rum. Und im Handgepäck die Shisha-Muddy. Im Handgepäck, achso, Tanja und Shisha-Muddy. Mhm. Ja. So sieht es nämlich aus. Und, aber dann sind es ja eigentlich, dann bin ich ja auch Shisha-WG und Marvin. Ja. Ja, und ich bin direkt Li und Alex. Ja. Also eigentlich sind wir zu sechst. Genau. Wir und unsere weiteren Persönlichkeiten. Genau, ja. Ja. Man kennt's. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt auch schon jeder ein schönes Pfeifchen an und ich würde sagen, wir gehen noch am Anfang, wie immer, erstmal die Setup. Ich glaube es durch, oder? Ja, würde ich sagen. Und wie immer, also hatten wir noch nicht, aber eins von eins ist auch immer Ladies first. Tanja, was hast du dir denn schönes ausgesucht und bauen lassen? Also ich habe mir heute mal ausgesucht, weil ich sie auch noch nie geraucht habe, die Simulation Pro X Mini in der schwarzen Pole mit Carbons Rauchsäule auf dem, also ich habe ein Köpfchen von V1. Der Wandenberg. Den Wandenberg V1. Ja. Ähm, Onmo, drei Kohlen und ich habe mir bauen lassen, Foglife, Zitrone, Minze. Sehr, sehr lecker. Danke, Alex. Immer gerne. Ja, der Alex war so lieb und hat uns wieder alle Köpfchen vorbereitet. Ich wollte gerade sagen, ist der mittlerweile Ritual eigentlich? Eigentlich schon. Also ich baue mir jetzt auch einfach keinen Kopf mehr für den Shisha-Kass selber. Ja, du hast ja noch nicht erzählt, dass ich mittlerweile eingestellt bin bei dir, um dir Köpfe zu bauen. Ja, stimmt. Also die Timelapse. Der Alex kriegt jetzt immer so, weiß ich nicht, so von Kopf und Euro. Also muss ich heute Abend, da bleibe ich, brauche heute Abend auch nochmal so einen leckeren Kopf. Dann einfach mal, Alex, Köpfchen bitte, danke. Ja, die Timelapse, die auch immer auf Instagram sind, bin immer ich. Ja, das sieht man ja schon an der Kameraführung. Dankeschön. Im Stativ. Alex, mach du gerne als Zweiter deinen Setup, weil ich glaube, ich muss am ausführlichsten über meinen Setup reden. Und zwar, meine Pfeife sieht man leider nicht, aber ich habe mir die Stimulation Prime Pro X rausgesucht. Das Ganze mit einem weißen Carbonsleeve auf der Crystal Ball. Ich muss auch dazu sagen, die Crystal Ball finde ich mit Abstand am schönsten. Tito. Und obendrauf habe ich den Place Tornado auch in weiß gehalten. Also eigentlich ist das Setup richtig schön. Schade, dass man es nicht sieht. Und drinne habe ich Exotic Fruit von Nasch zusammen mit dem Toskana von Theo. Toskana heißt der. Toskano. Irgend so was. Ja, irgendwie so in die Richtung. Also die Honigmelone. Und dann noch so einen Hauch von Plary drinne. Das Ganze mit dem AO-HMD und zwei Kohl momentan. Echt ein leckerer Mix, muss ich sagen. Ich muss noch dazu sagen, bei mir Werbung an der Stelle, also auch andere Produkte, die im Shisha-Cast sind, sind natürlich gestellt worden von den jeweiligen Marken. Aber wir haben heute ein Placement. Und zwar, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, dürfen wir euch noch nichts über die Pfeife sagen. Aber wenn diese Folge rauskommt, dann ist schon der 17. Und wenn der 17. ist, dann wird der 16. schon gewesen sein. Laut Adam Riese. Ja, tatsächlich. Und am 16. kommt die Pfeife, die ich jetzt schon hier habe, die ich gerade schon teste. Da kommt natürlich auch noch ein ausführliches YouTube-Video. Das habt ihr vielleicht gestern schon gesehen, wenn ihr heute den Shisha-Cast direkt hört. Und zwar habe ich die Stimulation Expansion. Die neueste Pfeife im Line-Up von Stimulation. Und wie ich finde, auch ein sehr gelungener Schritt, ein sehr wichtiger Schritt für Stimulation. Weil, ihr seht es ja schon, und vielleicht habt ihr es auch schon im YouTube-Video gesehen. Es ist eine kleine Steckpfeife. Und Stimulation ist ja eigentlich bekannt für das Steam Click 360 System. Und die klassischen Pfeifen, also halt klassische Pfeifen, wie man sie kennt. Also ein klassischer Verschluss, aber trotzdem weitergedacht durch das Steam Click 360. Und jetzt haben wir aber wirklich eine Steckshisha. Und ich muss auch direkt mit dem, ich mache erst noch kurz mein Setup fertig. Ich habe obendrauf noch den Alpaka Huacaya im Callaway Konfetti, obendrauf der Onmo. Und gebaut wurde mir der Black Cane von Kismet, der White Cherry von Kismet, der Exotic Fruit von Nasch und der saure Apfelringe von Hukain. Beziehungsweise von Fuck Your Life. Genau, so viel zu meinem Setup. Das Ganze nur auf einer Cesar Bowl. Weil wenn wir schon mal eine Steckpfeife von Stimulation haben, dann muss man das ja auch ausnutzen. Und genau das habe ich da eben gemacht. Das Besondere an der Pfeife ist, also wirklich das Mind-blowing-Feature, finde ich, ist der Verschluss. Weil es ist zwar eigentlich einfach eine Steckpfeife, aber wirklich mit einem genialen, durchdachten System, was ein Problem löst, was sehr, sehr viele Leute haben, die viele Steckbowls haben und viele Steckpfeifen haben. Und das Problem ist, dass die Dinger nie auf die Bowls passen. Also entweder ist die Bowl zu groß oder die Bowl zu klein. Manchmal passt sie auch perfekt, aber das ist leider eher selten. Dann hat man eine Bowl, wo es super gut passt. Dann kannst du da eine normale Dichtung nehmen. Auf einer anderen Bowl wird es super eng und dann musst du die Dichtung noch zerschneiden, damit es funktioniert. Und das hat Stimulation auch gesehen und hat gesagt, das ist ja eigentlich Bullshit. Plus diese Dichtung, die wir dafür nehmen, die kommen eigentlich aus dem Sanitärbereich. Die sind für so Abwasserrohre und sowas. Wusste ich gar nicht. Ja, das ist super krass. Also eigentlich haben wir da alle Dichtungen aus dem Scheißhaus an unseren Pfeifen. Deswegen schmeckt es auch so lecker. Das Aromawasser. Nee, auf jeden Fall war das Stimulation halt einfach zu plump, da irgendeine Sanitärlösung da auf eine Pfeife zu stecken. Oder anders gesagt, eigentlich war es Stimulation. Stimulation steht halt nicht für Standard und sie wollten halt was anderes machen. Für technischen Fortschritt. Genau. Vorsprung durch Technik. Weiß ich euch das so. Das ist jetzt aber die vier Ringe. Das waren die vier Ringe. Stimmt. Shoutout an Audi. Guter Spruch auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat sich Simulation ja auch wieder eine schöne Technik einfallen lassen. Und zwar hat man gar keine Dichtung im klassischen Sinne, sondern man hat einen O-Ring. Jetzt würde man natürlich denken, ja, aber ist jetzt ein O-Ring stabil genug und warum soll der auf andere Sachen passen? Das Geniale ist, dass der Part, wo nochmal die Dichtung auf der Pfeife sitzt oder in der Bowl sitzt, der kann sich drehen und ist zweiteilig. Und wenn man diesen Verschluss dreht, wird der O-Ring entweder weiter nach außen gepresst oder halt mehr in eine kleine Ausfräsung fallen gelassen. Was bedeutet, der dehnt sich aus oder lässt sich zusammenziehen? Sprich, du drehst an der Base, sodass er sich zusammenzieht. Du bekommst die Pfeife unglaublich einfach auf eine Bowl. Du musst es aber trotzdem so einstellen, dass er den Bowlrand berührt, weil nachdem du den dann drauf hast, kannst du einfach an die ganze Pfeife drehen. Der O-Ring wird rausgepresst gegen die Wand von der Bowl und hält perfekt. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal probiert und wir haben wirklich die Pfeife an der Rauchsäule genommen und also allein das wäre ja schon etwas, was ein No-Go in der Shisha-Szene ist. Und wir haben die wirklich rumgeschüttelt und es hat gehalten. Ich würde es im Alltag trotzdem nicht machen, aber es hält wirklich besser als jede andere Bowl-Dichtung und es passt halt auch einfach auf alle Bowls. Wie oft haben wir die Probleme, dass es nicht drauf passt? Ja, vor allem auch, wenn ich überlege, wie du schon gesagt hast, teilweise, wenn ich so an eine Fibonacci zum Beispiel denke, wo wir beide Bowl-Dichtungen zerschnitten haben, dass die überhaupt auf Bowls passt. Oder Alpha, finde ich, das beste Beispiel für viel zu locker. Ja, sehr locker. Dann, wo du überlegst, ob du noch vielleicht nachtapest oder sowas und da hast du halt gar kein Problem mehr. Ja, das ist schon wirklich genial. Was sagst du zum System, Tanja? Ich bin sehr begeistert. So richtig coole Sache. Weil ich habe das Problem nämlich auch bei meiner Black Noir, dass ich unten ein Tape dran kleben musste, dass die überhaupt richtig dicht macht. Hast du Tape und dann wieder eine Dichtung oder nur Tape? Nur Tape. Okay, und jetzt hält es aber auch? Jetzt hält es super. Aber ist halt erstmal ein Struggle, ne? Und dann kommt vielleicht eine andere Bowl, die du drunter packen willst und dann ist die wieder schmaler und dann müsstest du mehr Tape dran machen oder ein anderes Tape. Genau. Das ist halt immer wirklich ein nerviges Hin und Her. Und das hat man eben mit der Pfeife einfach nicht mehr. Die Pfeife kostet ungefähr 200 Euro. Hat auch schon ein weiteres Feature, was es bei anderen Stimulation Pfeifen gibt, mit an Bord. Und zwar ist das der X-Blow-Off. Aber es ist so ein Zwo-Drittel-Blow-Off. So ein X-Blow-Off-Light. Ja, aber es ist der X-Blow-Off-Light Plus. Weil er hat ja den Tether-Blow-Off dabei. Oh, Alex, bitte nenn das so. Das ist ja so schön. X-Blow-Off-Light Plus und alle so, what the fuck, bro? Was ist das, was wir bei dem Namen geben? Aber warum X-Blow-Off-Light Plus? Weil wir haben nur einen von den zwei Ringen, die bei einem X-Blow-Off normal dabei sind. Und wir haben aber auch den verstellbaren Teller, sodass man einen Teller-Blow-Off machen kann. Ich weiß nicht, Alex, du kannst mir dran drehen. Ich glaube, gerade ist er aus, oder? Ja. Fällt fast vom Stuhl. So, jetzt haben wir den Teller-Blow-Off an. Das ist jetzt halt leider nur für die Leute, die auch ein Video dazu gucken. Sehr cool. Genau. Jetzt sieht man uns nicht mehr. Und? Aber man sah den schönen Blow-Off. Genau. Und unten haben wir halt den einen X-Blow-Off-Ring, den man dann eben verschieben kann, um da die verschiedenen Blow-Offs zu machen. Jetzt haben wir zum Beispiel oben seitlich aus dem Teller und unten seitlich aus dem X-Blow-Off. Da ist auch wieder beim Rauchen verschiedene Möglichkeiten zum Umstellen, was ich sehr, sehr cool finde. Gerade, dass du nicht umbauen musst. Ja. Aber was ich halt wirklich, wo ich, ich habe mich extrem auf die Pfeife gefreut, weil als ich gesehen habe, was da kommt und wie es kommt, wusste ich noch gar nicht von der Funktion, sondern ich habe mich erstmal darüber gefreut, Stimulation und Steckpfeife. Das ist doch so eine Kombination, die, da bin ich nicht der Einzige, der sich schon lang gewünscht hat, würde ich behaupten. Safe, safe. Weil ich bin halt Fan von Steckpfeifen, gerade durch die Variation mit den verschiedenen Bowls. Ja. Und dann das System und die Technik und die Qualität von Stimulation damit vereint, finde ich super geil. Ja, finde ich auch mega geil. Ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass das meine Lieblingsstimo wird. Ja, safe. Also bin ich mir eigentlich schon sicher, weil allein, wie schön du das alles anpassen kannst durch die Steckbowls, ist halt einfach genial. Und auch dieser Verschluss wirklich, als der Alex mir das das erste Mal gezeigt hat, ich war bei ihm im Büro, bevor die Pro X3 rauskam. Weil wir eigentlich über die Pro X3 geredet haben und die zusammen getestet haben. Und dann war er noch so, soll ich dir das jetzt schon zeigen? Und ich so, Alex, jetzt hast du es gesagt, jetzt musst du es zeigen. Und dann hat er mir den Prototyp von der Pfeife gezeigt und ich war wirklich so mindblown. Ich habe einfach mit dem Alex die ganze Zeit über die Pfeife geredet, nicht über die Pro X3. Auch wenn die Pro X3 natürlich für Leute, die vier Schlauchpfeifen mögen, das Nonplusultra ist, die auch für mich einfach die Edition 4 jetzt komplett abgehängt hat. Ich liebe halt Einschlauchpfeifen. Ich liebe kleine Einschlauchsteckpfeifen. Das ist einfach mein Holy Grail. Bei dir auch, Tanja? Ja, ich liebe auch kleine Einschlauch-Shishas. Aber Steck auch noch oder auch geschraubt? Nee, durchgeschraubt oder gesteckt, das ist mir egal, aber schön klein auf den Tisch muss sie passen und einen Schlauch dran. Ich bin da echt egoistisch. Das ist nicht egoistisch, du musst das so sehen. Wir denken schon auch an die Leute, die mit uns rauchen wollen, weil wir wollen denen ja die beste Experience geben und denen deswegen auch eine eigene Pfeife anbieten. Ja. So sieht es aus. So sieht es aus. Habe ich nochmal gerettet. Bitte gerne. Genau, also auf jeden Fall sehr geniale Pfeife. Ich werde die jetzt wahrscheinlich so roundabout eine Woche testen, dann werde ich noch das Video, nee, eine Woche wird knapp, dann müsste ich Donnerstags drehen. Also ich werde die die nächsten Tage auf jeden Fall noch ausführlich testen und dann wird es dazu noch ein YouTube-Video geben und ich hoffe, dass euch das in der Zukunft gefallen haben wird. Was ich machen werde. Was du gemacht hast. Was ich gemacht haben werde. Gemacht haben wirst. Gemacht haben werde. Ja, von mir aus. Ja, ja, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, wir sind ja kein Grammatik-Podcast, das darf man nicht vergessen. Wir machen nur Shisha. Gut, ja, soviel auf jeden Fall zu der Pfeife. Und man kann halt noch dazu sagen, ihr seht bei Tanja, also für die, die auch auf YouTube wieder zuschauen, bei Tanja auf dem Tisch stehen schon drei Sleeves, die man sieht. Da sind auch mehr. Es wird wieder verschiedene Varianten von Sleeves geben, also könnt ihr auch da ohne Probleme durchtauschen. Genau, also vom Prinzip her ist der Rest relativ, also den kennt man halt von Simulation. Es gibt die gewohnten Sleeve-Farben, es gibt den X-Blow auf Light Plus, weil du hast nur einen X-Blow auf Adapter, aber du hast den Teller dabei. Das wäre, also der Plus ist ja immer der Teller und Light wäre praktisch, weil nur ein X-Blow auf Adapter dabei ist. Man könnte sich aber auch noch einen zweiten dazukaufen, wenn man das möchte. Wobei ich das auch so eigentlich ganz cool finde. Und ich glaube, mit einem zweiten wird sie mir auch ein bisschen zu groß. Das wäre jetzt nämlich auch mein Punkt gewesen, wo ich nicht weiß, ob die dann ein bisschen zu groß aussehen würde. Aber ich finde das so schon echt ganz cool. Und was man auch noch dazu sagen kann, das Ganze kommt im Set mit Standardball. Genau, ja, eine Standardball ist dabei. Die habe ich aber erstmal beiseite gestellt und habe mir eine Cesarball drunter. Wenn das geht, dann mache ich das auch so. Dann machen wir das auch. Und falls ihr es noch nicht im Video gesehen habt, geht natürlich auch mit Code SWG. Du hast auch einen Code, bei Stimo? Code Directly, ja. Code Directly, müsst ihr euch wieder absprechen. Jeder Zweite nimmt SWG. Also jeder, der, ihr müsst auf die View-Zahl gucken. Wenn die View-Zahl gerade ist, dann müsst ihr Code Directly nehmen. Und wenn die View-Zahl ungerade ist, dann müsst ihr Code SWG nehmen. Genau. Tanja, hast du auch noch einen Code, bei Stimo? Okay, dann hätten wir jetzt durch Dreiteilbar oder sowas noch dazu. Das ist tatsächlich ganz gut für die Situation gerade. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Stimulation. Du hast doch keine Stimulation zu Hause? Nein. Hast du schon mal eine geraucht? Ja. Welche? Die ganz große. Die Pro X mit den vier Anschlüssen. Die Pro X mit den vier Anschlüssen, genau. Und was sagst du jetzt zur Mini, die du gerade rauchst? Die Mini ist angenehmer wie die große, weil bei der großen kann man ja die Durchzug verstellen. Und da war es mir so hart, dass ich da gezogen habe. Und ich habe gedacht, ich ziehe gegen eine Wand. Und dann hat er ein bisschen rumgespielt und dann ging es eigentlich. Aber die zieht sich wirklich super, super einfach. Ja, da darf man halt nie vergessen, bei Vierschlauchpfeifen ist der Durchzug durch Kugel und vor allem doppeltes Rückschlagventil bei der Pro X2 dadurch, dass die alle entlüften können. Das muss schwerer gehen. Also das ist technisch leider nicht anders möglich. Bei einer Einschlauchpfeife, simpler wird es nicht. Du bohrst da ein fettes Loch rein, da kommt ein Schlauchanschluss rein und fertig. Aber bei einer Pro X3, wo dann noch alle entlüften können, da wird es dann natürlich schwieriger. Genau. Also, das sind unsere Setups. Genau. Ja. Wir haben uns überlegt, was sollen wir denn heute für die Folge machen? Sollen wir wieder über News reden? Aber eigentlich dachten wir uns, wenn wir schon mal einen Gast dabei haben, dann würde euch wahrscheinlich am meisten interessieren, was über diesen Gast zu erfahren. Und da wir heute die Tanja dabei haben, Tanja, wie bist du überhaupt damals drauf gekommen, mit Shisha Social Media anzufangen? Ich wäre da wahrscheinlich niemals drauf gekommen. Niemals. Ich habe ja zwei tolle Söhne. Also insgesamt muss ich sagen, habe ich ja vier Kinder, aber zwei tolle Söhne. Und die haben gemeint, Mama, wenn du am Pool sitzt oder im Garten sitzt und eine Shisha rauchst, dann doch auch bitte bei YouTube. Ich habe sie erst mal angeguckt mit großen Augen und habe dann gesagt, niemals, ich mache mich doch nicht zum Affe. Und ja, irgendwann war es dann halt so weit, dass sie mir eine Kamera in die Hand gegeben haben, mit Handy damals noch, und mich an den Tisch gesetzt haben und gesagt, so, jetzt machst du ein Video. Und dieses Video ging an diesem Abend gleich mit über 100 Abonnenten durch die Decke. Stark. Wir sind gesessen, bei 100 haben wir die Lichter angemacht und die Wunderkerzen, weil sie sich so gefreut haben. Die sind durch die Wohnung gesprungen und haben geschrien. Ich habe gedacht, die Nachbarn klingeln gleich und sagen, was ist denn hier eigentlich los? Ach, voll süß. Ja, und dann haben sie gesagt, siehst du, es geht. Also mach bitte weiter. Ich habe dann echt ewig gebraucht für das zweite Video, aber ja, eins kam zum anderen und da sitze ich jetzt schon fast drei Jahre. Welches war das erste Video? Weißt du noch, was ihr da gemacht habt als Thema? Wie man so Shisha raucht und habe so erklärt, dass ja die ältere Generation sich auch mal trauen soll. Und ja, eigentlich, ich finde das erste Video komplett daneben. Also wenn ich das heute noch angucke, ich habe schon 100 Mal gesagt, ich würde es am liebsten löschen. Aber es ist doch online. Ja, ja, klar, es ist online, aber ja. Aber mir geht es ganz genauso, wenn ich auf meine ersten Videos zurückgucke, die übrigens genauso entstanden sind. Ich habe mein Handy hingestellt, habe Aufnahmen gedrückt. Und hinten noch an der Wand waren noch T-Shirts gehangen. Ja, ja, genau, über der Couch in der Studentenbude in Koblenz. Ja, das war schon wild. Ja, aber die würde ich eigentlich auch am liebsten rausnehmen. Aber irgendwie gehört auch dieser super Cringe, sich sein erstes Video noch mal reinzuziehen. Irgendwo dazu, ne? Das ist halt auch das, wo am allermeisten mit 127.000 Aufrufe oder sowas. Boah, was? Ich glaube, das hat ja, das ist sich ja komplett durch die Decke geschossen. 127.000 Klicks hat dein erstes Video gezogen. Ja, ganz, ganz viele. Also wirklich heftig. Krass. Aber da sind auch viele Blödsinn entstanden. Viele Memes habe ich ja da mitbekommen. Hm. Ja. Nervt dich sowas? So dieses ganze... Also, ich weiß ja noch, als ich das erste Mal bei dir im Livestream war und gesagt habe, Tanja, mach mich mal bitte zum Moderator. Weil da ja so viele Vollspasten waren. Ja. Und du warst halt so süß naiv. Da waren dann irgendwie so... Ja, ich kann es auch nachvollziehen, weil so, keine Ahnung, da haben dann Leute irgendwelche scheiße... Kennst du den? Jarak-Tabak. Ja. Jarak heißt halt Schwanz, oft tödlich. Und dann hast du es halt vorgelesen, weil du natürlich nicht wusstest, was das heißt. Genau. Und, keine Ahnung, ich bin ja schon ein paar Tage länger im Internet unterwegs und ich erkenne diese Trolle dann wahrscheinlich ein bisschen leichter. Dann habe ich die erst mal alle weggebannt. Aber nervt dich sowas? Mittlerweile habe ich es nicht mehr. Und mittlerweile, nee, ich habe mir so eine Teflonschicht angelegt. Also es prallt dann auch ab. Ich muss sagen, heutzutage habe ich es nicht mehr, aber am Anfang, klar, wollte ich noch gute Miene zum bösen Spiel machen. Kannst du ja nicht gleich auftrumpfen und kannst du ja nicht gleich mit einer Machete durchfahren. Shisha-YouTuberin tötet Hater. Ja, also da war ich wirklich mal kurz davor. Ich habe auch einmal einen Stream ausgemacht nach zehn Minuten, weil ich hatte dann halt noch keine Moderatoren und habe mich da echt beleidigen lassen müssen. Also es war echt unterste, unterste Gürtellinie. Und somit habe ich mir dann ja auch wirklich Moderatoren gesucht, die dann Gott sei Dank da waren. Aber am Anfang, das war ganz, ganz schrecklich. Ja, mittlerweile, ich habe es nicht mehr. Also es kommt ganz, ganz selten mal vor, dass wirklich mal ein Troll da ist. Am meisten nicht, wenn es Ferien sind, wenn die Kinder dann hinter der Tasche sitzen. Wenn die 13-Jährigen wieder den ganzen Tag am PC sitzen und nicht wissen, wohin mit der überschüssigen Energie. Genau. Ja, nachvollziehbar. Ja, das hat mich am Anfang wirklich auch genervt. Das ist halt Internet in der Nutshell. Man muss es leider so sagen. Ja, wenn da mal ein paar Trolle drin waren, habe ich dann auch gesagt, würdet ihr es mir schreiben oder sagen ins Gesicht, wenn ihr davor stehen würdet. Niemals. Niemals. Und dann waren sie aber auch weg. Also die Ansage haben sie dann auferstanden oder sie werden halt jetzt einfach entfernt. Ganz einfach. Und wie ging es dann weiter nach dem ersten Video? Also das erste Video war ein voller Erfolg. Deine Kinder sind ausgerastet, haben sich gefreut. Ich will ganz kurz mal unterbrechen. Mich würde interessieren, wie lange rauchst du eigentlich schon Shisha? Also wann hast du... Ich habe angefangen mit 26. Jetzt bin ich 52, fast 53. Also hast du uns da alle in der Tasche. Naja, aber nicht... Ja, ich habe angefangen mit 26 in Tunesien. Da war in der Hotellounge standen halt lauter solche Glasdinger rum und die haben gedampft. Und dann sind wir da hingegangen. Ich war mit noch drei Freundinnen in Tunesien, der erste Urlaub, zwei Wochen. Und dann haben wir gesagt, was ist das? Ja, wollt ihr mal probieren? Dann haben wir so einen ganz netten Kellner gehabt, der hat sich da echt uns angenommen. Wahrscheinlich, weil wir vier Frauen waren und alle blond. Und der hat uns dann so eingeführt in die Vaterie, Shisha. Und dann auch so einen schönen, süßen türkischen Tee dazu. War richtig lecker. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, müssen wir haben. Wir waren damals in Monastir im Hotel. Und dann hat er gemeint, wir müssen unbedingt nach Port Elkantawi müssen wir gehen. Und da hat es ganz tolle Läden und da kann man sich Shishas kaufen. Ja, und das haben wir dann gemacht. In Tunesien selber dann noch? In Tunesien selber eine Shisha gekauft. Meine war so mindestens einen Meter hoch, so riesengroß. Meine Freundin hat sich so eine Billo-Shisha gekauft. Sie sieht heutzutage aus wie so eine Kiosk-Pfeife. Und ja, dann habe ich sie mitgenommen. Was anderes gab es damals auch nicht, ne? Und gerade in Tunesien war dann wahrscheinlich schwierig, ne? Ich habe mir die größte genommen und habe gedacht, umso größer, umso besser. Genau. Und dann habe ich sie mitgenommen und dann haben wir zu Hause immer wieder auf dem Balkon geraucht. Und wie war die Tabak-Situation in Deutschland damals? Ganz schlecht. Aber konnte man kaufen oder musst du dann importieren? Erstmal haben wir uns ja mindestens 20, 30 Päckchen mitgenommen. Aber das waren ja nur so kleine 20, 20 Gramm oder 25 Gramm Päckchen. Das, was uns jetzt erwartet, das gab es damals da unten auch zu kaufen. Alle möglichen an Früchte. Und dann habe ich rumtelefoniert in Tankstellen. Habt ihr Shisha-Tabak? Bitte? Was? Shisha? Was riecht das? Sie rauchen Drogen? Nein, sowas fühlen wir nicht. Genau. Und dann habe ich eine Tankstelle in Biberach gefunden. Eine Shell-Tankstelle, die wirklich kleine Päckchen gehabt hat. Die aber dann irgendwann auch weg waren, weil es nicht mehr gegangen ist. Ich habe zu wenig geraucht. Ich habe einfach zu wenig gekauft. Und diese blöde Selbstzünderkohlen waren ja auch ganz fürchterlich. Ach, gab es damals auch nur Selbstzünder? Nur Selbstzünder in so einer Rolle, so Alufolienrolle. Ganz schrecklich. Und Setup dann wahrscheinlich auch irgendwie so ein China-Head oder sowas mit Alufolie? Mit Alufolie. Nee, mit Sieb. Also mit Kamin haben wir das schon geraucht. Kamin? Den haben wir uns nämlich mitgenommen. Die hatten schon Kamin? Die hatten schon so ein... Ja, das war nicht so der ursprünglich. Das war wie so ein kleiner Teller einfach nur. Ah, okay. Weil Kamin kam ja, glaube ich, erst viel später. Ja, das könnte sein. So in die Richtung, ja. Ja, krass. Und dann, seit du 26 wirst. Das ist krass. Ja, dann habe ich natürlich schon noch Pause gemacht. Ich habe ja dazwischen auch noch ein paar Kinder bekommen. Da raucht man nicht. Und dann habe ich die Liebe wieder angefangen vor, naja, jetzt ist es ja auch schon wieder vier, fünf Jahre her, als mein älterischer Sohn mit der Shisha ums Eck kam und hat gemeint, Mutti, ich möchte auch wieder ziehen, möchte auch probieren und dann war es wieder voll da, das Thema. Geil. Was hat er sich geholt? Also hast du ihm so ein paar Tipps gegeben oder hat er sich irgendwas... Nee, das hat er damals selber heimlich gemacht, weil er noch keine 18 war. Ah, okay. Ach, du wusstest das auch gar nicht, ja? Nein, das wusste ich nicht. Oh. Gibt es da heute noch ab und zu Anschluss für? Nee. Jetzt ist okay. Jetzt ist ja hier gegessen. Also keine Zigaretten noch nie, also wenn dann nur Shisha, was auch jetzt wirklich weniger geworden ist, weil er ja seit halbem Jahr Papa ist oder sieben Monate Papa ist. Also bist du jetzt eigentlich die Shisha-Oma? Ja, eigentlich haben sie schon gesagt, ich soll umtauschen. Ich habe schon fünf Enkelkinder, ja. Fünf Enkelkinder? Mhm. Das ist mehr, als wir Kinder haben, zusammen. Könnte man so sagen, ja. Der Alex hat drei und ich habe eins, von denen wir wissen. Von denen wir wissen. Von denen wir wissen. Weißt du, was schlimm ist, es glauben halt wieder Leute so. Ja, wahrscheinlich. Wusstest du eigentlich, dass Marvin und Alex Kinder haben? Wusste ich, wir haben die noch nie online erzählt, du. Da wird ja auch jetzt nur wieder dieser Teil vom Shisha-Cast rausgeschnitten. Und das muss man in die Story packen, das macht Basti dann, weißt du. Ja, das macht Basti. Und dann sind alle so, wait, what? Ja. Das war wie letztens, als ich die Story gemacht habe mit, ich bin verheiratet. Irgendjemand so, wie läuft es im Liebesleben? Und ich so, ja, ich bin verheiratet. In der nächsten Story habe ich gesagt, mit meinem Job. Und da haben wir aber oft die Story mit, ich bin verheiratet, schon bestimmt 20 Leute geschrieben. Gratuliert. Was? Was? Mit wem? Was? Was? Ja, eigentlich haben wir doch heimlich geheiratet. Ja. Sehr zum Leid von Mrs. Directly. Ja. Gut, es war hart für sie, aber das musste sie dann einfach akzeptieren. Genau. So ist das halt leider. Ja, ja. Nee, das war auf jeden Fall ganz funny. Ja, und dann war das erste Video online, die Kinder sind ausgerastet und dann bist du auch einfach dabei geblieben, oder wie? Und dann habe ich mich selber hingesetzt, dann waren sie alle aus dem Haus und dann habe ich selber mein erstes Video gemacht mit dem Handy auf dem Kochtopf drauf, dass es nicht umfliegt. Geil. Natürlich auch im Hochformat. Ich habe damals gegen Schallplattenspieler. Ich habe einfach so an meinen Schallplattenspieler geneigt. Ja. Man musste einfach erfinderisch sein am Anfang. Ja. Ich finde auch, mittlerweile machen so viele so eine krasse Wissenschaft draus, wie man anfängt. Wir haben alle angefangen mit Schmutz-Setups. Ja, sowohl, also alles an Setups. Also sowohl was Pfeifen angeht, wenn wir mal überlegen so. Ja, ja. Und halt auch mit der Videografie an sich. Also ich weiß noch, wie ich im Garten saß mit meiner Pfeife, habe dann ein Bild davon gemacht, habe dann kurz Lightroom aufgemacht, wusste nicht, was ich damit machen soll. Habe dann so ein paar Reglern rumgespielt. So ein Preset drüber. Kontrast, das hört sich super an. Kontrast mag ich. Ich wusste ja früher noch nicht mehr, was ein Preset ist. Ich habe einfach so ein paar Regler hin und her. Dann wegen Nette. Ein Filter. Ein Filter, genau. Ein Filter. Wegen Nette war ganz wichtig früher. Und dann habe ich gesagt, ja, kann man doch so hochladen. So finde ich schön, wenn ich mir heute darauf zurückblicke. Weil letztens kam ja auch wegen vierjährigem Jubiläum mein erstes Bild im Archiv. Und ich dachte so, Alter, was habe ich mir eigentlich damals dabei gedacht? Wann war denn eigentlich das erste Video, Tanja? Weißt du das noch zeitlich? Wie lange ist das her? Das müsste so im Oktober gewesen sein. 19. Oktober 19. 7. Oktober 19. Ja, bin ich beigetreten bei YouTube. Krass. Und weißt du, wie viele Videos du jetzt mittlerweile, wie viele Videos bringst du denn raus? Oder bringst du einfach ein Video raus, wenn du ein Video hast? Ne, also ich habe mir eigentlich schon immer ein Ziel gesetzt, Sonntagabends, 18 Uhr. Okay, also ein Video pro Woche. Ein Video pro Woche. Ich habe am Anfang zwei gemacht. Deshalb habe ich aber schnell gemerkt, dass mich das stresst. Weil ich habe ja noch, wie gesagt, Kinder und Haushalt und Haus und Hobby und ich mache es ja auch nur Hobby mäßig. Also es ist ja bei mir nichts Berufliches. Also es ist ja bei mir nichts Berufliches. Es ist ja ein Reihenweg Hobby. Und dann habe ich schnell gemerkt, das stresst mich einfach. Wieder immer was Neues mir einfallen zu lassen, weil ich in der Materie ja nicht so tief verwurzelt bin. Jetzt ist es eigentlich nur noch Sonntag. Also ich will mal eine Person in Deutschland sehen, in deinem Alter, die so viele Pfeifen hat und sich so gut auskennt. Ja. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt noch jemanden gibt, der in Frage kommt. Ja. Weiß ich nicht. Also Spaß machen tut es mir auf jeden Fall immer noch. Und ich sage, im Oktober sind schon drei Jahre YouTube. Krass. Krass. Drei Jahre YouTube. Aber auch mal kurz daran angeknüpft, rauchen deine Freunde, also so dein Freundeskreis, rauchen die auch mal eine Pfeife mit dir? Oder bist du dann wirklich so eher... Da bin ich komplett exot. Aber dein Mann raucht ab und zu mit dir, ne? Mein Mann raucht gerne, der raucht sogar Doppelapfel. Oh, wild. Krässlich, krässlich. Dir gar nicht? Nein. Okay, krass. Aber dein Mann? Der hat beim Revoirie-Testing, nee, nicht Revoirie, beim Alfarka-Testing, hat er die Liebe entdeckt für Alfarka-Doppelapfel. Krass. Das ist wild. Das ist wild. Aber cool. Und dann kannst du, ihr seid ja auch manchmal campen, ne? Dann hast du dein Camping-Setup und so, dann wird das auch alles mitgenommen. Alles. Das ist bestimmt auch geil, weil du auf dem Campingplatz... Ja, und die Blicke. Ja, das wollte ich gerade sagen. Die Blicke. Ganz schrecklich. Also manchmal verstecke ich mich auch im Vorzell. Also manchmal die älteren Menschen sind's halt. Die Junge lächeln und gehen vorbei und am liebsten wollten sie fragen, oh, darf ich auch mal? Ja, die sind wahrscheinlich heim, wenn sie mit den Großeltern im Urlaub sind. Ja. Aber dann sitzt so der Herbert da und sagt, Ingrid, hast du gesehen? Genau. Die haben da Drogen. Nee, das habe ich nicht gesehen, Herbert. Aber ist so schrecklich. Wenn ich jetzt da noch rufen würde, ich rauche Ecstasy, weil der neuste Tabak, den ich gerade rauche, äh, täschte, heißt auch noch so. Dann ist es vorbei. Dann ist es ganz gut. Dann ist es komplett vorbei. Erstmal ein bisschen Ecstasy. Oh je, oh je, dann hast du ganz schnell den Ruf weg auf dem Campingplatz. Dann ist es vorbei, ja. Und was rauchen Sie da? Ist eigentlich Haschisch drin? Nee, ich rauche Ecstasy. Ecstasy. Noch besser. Schmeckt super. Wollen Sie mal probieren? Nee, 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 nee. Hast du auf jeden Fall für dich alleine? Ah, schön. Genau. Besser ist es. Und wann würdest du sagen, bist du so in der Shisha-Szene angekommen? Gab es da so einen Moment für dich, wo du sagst, das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt Shisha-YouTuberin? Da, wo es dann eigentlich losgeht, dass man auch mal nette Kommentare bekommen hat. Und ich bin ja dann auch ziemlich schnell noch auf Instagram geschickt worden, weil das wäre mir ja allein auch nicht eingefallen. Waren das auch deine Kinder? Nicht klar. Die haben alle Accounts angelegt, alle Passwörter. Ich weiß, heute nimm mir mein Passwort vom Insta, weil das haben alles meine Kinder gemacht. Also wenn deine Kinder wollen, ist Insta weg. Genau. Oh, witzig. Ganz bitter, ja. Und da hat es dann also angefangen mit hintenrum Kommentare, ganz nette und erzähl mal und mach mal und können wir uns mal treffen. Gut getroffen habe ich mich jetzt eigentlich mit noch niemand so wirklich. Ja, man muss ja dann schon auch ein bisschen aufpassen. Aber es kamen auch wirklich ganz, ganz nette Kontakte und Kommentare zustande, wo heute noch wirklich super sind. Also, und da habe ich dann gemerkt, okay, sie nehmen mich doch ernst und die wollen doch mehr Hintergrund von mir wissen und interessieren sich auch für meine Person und jetzt nicht nur für dieses Shisha-Thema. Ja. Fand ich, aber ich weiß auch noch, ich weiß noch genau, welches Video ich zuerst von dir gesehen habe. Und zwar war das das, wo du die Pfeife, oh, wie hieß, welcher Rapper war denn das denn? Rebel, Casey Rebel. Die Travel-Pfeife, da bist du im Roller losgefahren und dann habt ihr die Pfeife getestet. Das habe ich gesehen. Genau, in der Weinberge bei uns. Ja, das ist das erste Video, das ich gesehen habe. Und dann war ich am Anfang auch erstmal natürlich so, so, hä, was passiert denn jetzt? So, warum raucht diese etwas älter als der Durchschnitt in der Shisha-Szene Frau Wasserpfeife? So, wie krass ist das denn? Aber weißt du, was ich bei dir immer cool fand? Dass du nie irgendwie diesen, ich kenne viele Leute, die hatten nicht viel Ahnung von Pfeife, haben das dann aber so verkauft, als hätten die viel Ahnung von Pfeife. Und bei dir war das immer diese süße, naive Art, so, ich weiß jetzt nicht, was dieses Funnel ist, aber wisst ihr was? Wir probieren das jetzt einfach zusammen. Und dann hast du dich da ausprobiert, bis es bei dir geklappt hat und das fand ich immer geil. Und du hast halt nicht einfach dann eine Woche später so getan, als wärst du der Funnel-Profi, sondern du hast halt einfach die Leute mit auf diese Reise genommen. Was, glaube ich, für super viele Leute extrem geil war. Ja, ich finde, das ist halt auch immer eine ganz andere Sichtweise für die Leute, weil natürlich bei uns, wir wissen halt, wie man ein Funnel baut und wir wissen halt, was genau... Aber wir hatten ja dieselbe Reise. Wir hatten die halt nur deutlich früher als die meisten vielleicht. Und reden halt auch sehr, sehr viel selbstverständlich. Also was für uns selbstverständlich ist, ist auch für viele überhaupt nicht verständlich, was das Thema angeht. Das hast du ja auch letztens mit Isabel gemerkt zum Beispiel. Ja, genau. Und ich glaube, da ist die Sichtweise einfach von so einer Person, die einfach die Leute mitnimmt auf die Reise, was genau deren Erfahrung sein wird oder ist, ist wahrscheinlich super cool. Das habe ich ja auch geziel probiert. Ich weiß nicht, ob du die Story gesehen hast, aber eine Freundin von mir, die nie mit mir Pfeife rauchen wollte, so, nee, also Pfeife, nee, also ich rauche doch nicht. Die hatte jetzt letztens durch ihren neuen Freundeskreis, die waren immer vielen Shisha, aber es hat sie dann doch angefangen, Pfeife zu rauchen. Und dann hat sie eine alte Pfeife von mir abgekauft für sich zu Hause und wollte dann halt auch Kopfbau lernen. Und das war für mich super cool, nebendran zu stehen und zu sehen, wie... In der Küche? Ja, genau, in der Küche. Wie sie so super verzweifelt versucht hat, diesen Kopf zu bauen. Das war einfach so, das ist für uns auch extrem interessant zu sehen, weil teilweise kommen Fragen auf, die für uns vollkommen selbstverständlich sind. Das ist wie, wenn du schwimmen kannst, dann denkst du gar nicht mehr drüber nach, wie man schwimmt. Aber es gibt halt Menschen, die können nicht schwimmen, was auch vollkommen okay ist. Also gut, beim Schwimmen wäre es vielleicht doch ein bisschen gefährlich, lernt bitte schwimmen. Aber beim Kopfbau ist es halt an sich natürlich vollkommen egal. Ja, oder letztens hatte ich die Situation, ich habe eine Pfeife mit zu meinen Eltern genommen, beim Grillen. Das war so süß. Ich habe mich so... Oh, wo dein Papa gebaut hat, meine Mama. Da die Mama hat gebaut. Das war so cool. Meine Mama hat gebaut, ja. Und also ich habe vollkommen selbstverständlich meinen Kopf ausgepackt und wollte bauen. Auf einmal sagt meine Mama so, geh mal her. Und ich war so, wie? Ja, ich baue den Kopf. Ich habe das doch hundertmal bei dir gesehen, so schwer kann das nicht sein. Ich muss dazu sagen, meine Eltern gucken halt oft die Videos, Streams und so weiter. Also meine Mama hat wahrscheinlich schon hundertmal gesehen, wie man einen Kopf gebaut hat. Aber sie hat es halt noch nie selbst probiert. Warum auch? Sie raucht ja auch nicht. Sie hat auch an dem Kopf nicht gezogen oder so. Aber das war einfach unglaublich süß. Und auch da, da sind wieder so... Den Tabak erstmal umrühren, bevor man einen Kopf baut. Hat sie nicht gemacht? So klar, also... Kommst du nicht auf... Du weißt ja nicht, warum solltest du es machen? Genau. So, da ist Tabak, da ist Kopf. Ja, rein. Fertig. Fertig. Und all so Kleinigkeiten fallen einem dann erstmal auf. Und das ist halt saucool. Auf jeden Fall verliert man da sehr, sehr schnell die Sichtweise, wie das ist, wenn man halt gar nichts darüber weiß. Und das fand ich immer cool bei dir, dass du die Leute da einfach mit auf diese Reise genommen hast. Wir sind da halt doch sehr krass in unserer eigenen Bubble drin, wo wir dann halt Sachen ab einem bestimmten Zeitpunkt für selbstverständlich abhaken. So mittlerweile auch Steckpfeifen zum Beispiel ist für uns mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, wo wir aber auch erst vor, lass es zwei Jahre sein, wo wir da erstmal so rangeführt wurden. So was sind Steckpfeifen, was gibt es da eigentlich für verschiedene Modelle und so weiter. Mittlerweile ist das alles selbstverständlich. Und Leute, die jetzt neu in die Shisha-Szene kommen, die kennen vielleicht so die Nagele im NPS. Ja. So die Klassiker aus den Shisha-Bars damals. Genau, aber was ist ein Steckpfeifen, was kann die denn? Ja. Ich habe mittlerweile sogar Leute, die mir ein Screenshot schicken von Videos, die jetzt drei, vier Jahre alt sind, wo ich ein KS-Apo mit Kamin rauche und so. So, Marvin, du hast ja mal Kamin geraucht. Und ich bin so, ja klar, Digga, hat doch früher jeder. Ja. Also, weißt du, wir sind ja auch nicht auf die Welt gekommen und haben uns den Dark Blend im Funnel, im Overpack gegeben auf vier Kohlen. Also, natürlich haben wir früher auch Kamin geraucht, nur wie gesagt, diese Entwicklung von Kamin weg zu Funnel HMD war bei uns vielleicht deutlich früher als bei der Mehrheit. Ja, und vor allem deutlich exzessiver auch, was so die Lernkurve und das Reinsteigern daran eingeht. Aber ich glaube auch, das sind so Punkte, warum zum Beispiel das Omera für viele Leute so komplett Mindplowing ist, die halt sich gar nicht so krass mit der Shisha-Szene auseinandersetzen, sondern die so die typischen Shisha-Bargänger sind und dann mal denken, ja, okay, wir gehen mal zum Omera, ich habe da und da gehört, das soll ganz gut sein. Und dann kriegen die halt eine Caesar-Bowl mit einer russischen Steckpfeife und einem Mehrdachkopf mit HMD vorgesetzt. Aber weißt du, was ich da auch wieder so geil finde? Da sagen ja dann viele so, boah, die Shisha ist ja voll schön, obwohl die gar nicht wissen, was vor denen steht. Was ja eigentlich fast eine schönere Art der Anerkennung ist, als wenn die jetzt einfach sagen würden, ui, das ist ja krass, dass ihr eine, weiß nicht, eine Dusche habt. Ja, safe. Finde ich auch cool. Ja, so viel auf jeden Fall zu dieser Reise. Was waren so die, also ich weiß nicht, ich will jetzt eigentlich nicht den Übergang auf mich spannen, aber hattest du zuerst zu mir Kontakt oder wie kamen so die ersten Kontakte zu anderen Leuten aus der Shisha-Szene zustande? Zu dir war tatsächlich der erste und der zweite auch gleich der Angel. Und bei dir war es eigentlich, ich habe meine Gabione gebaut und habe nebenher deine Videos angeschaut. Und er denkt, naja, du musst ja noch ein bisschen was lernen und hängst den Marvin einfach mal an den Zaun und guckst dir das an. Also nur bildlich gesprochen, ne? Und so haben wir irgendwie, habe ich das dann auch in die Story gepackt und dann kam aber auch von dir dann die Reaktion, von wegen darf ich mal auf ein Video reagieren? Das war das Erste, wo wir Kontakt hatten, ne? Ja, genau. Ich wollte nämlich, also ich wusste ja, mit welchen Vorurteilen du auf YouTube zu kämpfen hast und ich hatte halt natürlich Angst, dass du dann denkst, ich will so ein lustig machen Video oder sowas machen. Ja, das war ja auch meine erste Frage. Genau, aber deswegen wollte ich auch direkt vorher schon mit dir drüber schreiben, damit du halt weißt, ich finde das cool und ich will das mal den Leuten zeigen und so. Nicht, dass du dann denkst, dass da so ein lustig machen Video kommt oder so. Deswegen hatte ich dir, glaube ich, eine Nachricht geschrieben irgendwie mit, hey Shisha-Mudi, ich würde voll gerne mal auf ein Video von dir reagieren. Ich kann es dir auch gerne vorher zeigen, wenn du möchtest. Dann hast du mir es ja vorher noch geschickt und ich sage, in Ordnung und kann man so machen, ja. Ja, stimmt, so kam das. Und dann hatten wir ab und zu geschrieben. Und dann war schon der 50.000er Stream, ne? Ja. Und da warst du ja auch als Gast dabei. Man muss ja sagen, du bist ja Urgestein meiner Special-Streams, ne? Du warst im 50er dabei, im 75er dabei und im 100er dabei. Krass. Ja. Das kann nicht mehr der Alex von sich behaupten. Nee. Der Alex hat auch sein Gesicht noch nicht gezeigt. Ja, ich würde fast sagen, ich war ja nur im 100er dabei. Ja. Stimmt, im 75er war das auch noch nicht, ne? Nee. Erst 100k. Dummkopf. Ja, der 50er war noch bei dir zu Hause damals im Wohnzimmer. Stimmt, du hast auch alle Stufen mitgemacht. Ja. Du hast Wohnzimmerstudio gesehen, also als ich noch im Wohnzimmer gedreht habe. Ja. Dann der 75er war im Studio, das war ja im 75er-Stream, wurde ja das Studio revealed. Der Studio eröffnet, ja. Und das 100er-Special dann bei Aeon. Genau. Ja. Tolle Erfahrung. Also jedes Mal, ich muss immer noch dran denken, also ich denke da auch noch immer wieder gern zurück, muss ich sagen, an die Eindrücke, wo man da hat, an die vielen netten, tollen Menschen natürlich wieder. Und einfach den Hintergrund zu sehen, den Background, was du alles da auf die Beine stellst mit Technik und so. Und das, ja, begeisternd. Einfach nur überwältigend. Der 100er-Stream, der hat schon wirklich sehr viel Nerven, Kraft und Zeit gekostet. Aber im Nachhinein bin ich auch wirklich unglaublich happy mit, wie es geworden ist. Aber da waren ja auch viele Leute beteiligt, die da lange mitgearbeitet haben und viel möglich gemacht hätten. Und ohne die wäre das auch geil. Also ich kann mir da leider nicht das Lob so in die Tasche stecken. Da waren viele Leute, die das möglich gemacht haben. Ja, allein wenn ich denke, wie Lenki da aufgefahren hat, also als wir da ankamen, noch nichts da war und auf einmal am Abend steht da ein komplettes Filmstudio eigentlich schon. fast. Das fand ich, also das finde ich immer noch so mind-blowing. Ja, der Lenki macht das halt beruflich für große Firmen. Und dementsprechend professionell war der dann. Der kam dann da mit seinen Rollcontainern rein und so. Das war schon wirklich sehr, sehr wild. Aber also hast du sonst nur zu mir und zum Angel Kontakt? Oder kamen dann auch noch weitere Leute dazu? So David, Felix? Also der Felix, der war ja bei mir im Wohnzimmer gesessen, bei meinem zweijährigen Jubiläum. Den hätte ich, hätte das aber niemals zustande gebracht oder mich getraut. Das war ja mein Moderator, der Erik, der mir auch wirklich viel hilft bei Technik und meinem neuen Setup jetzt und neuen Computer und so. Und wir sind ja bei euch damals am Tisch gesessen in Ludwigshafen. Ja, beim Revoschi-Tasting. Beim Revoschi-Tasting. Und Erik ist dann länger geblieben. Ich musste leider nach Hause, weil meine Tochter nach Hause musste. Und die sind dann wohl nachts noch ewig irgendwo gesessen und haben noch zusammen was gegessen. Und haben gut Kontakt aufgebaut. Und da hat Erik gemeint, ich frage ihn jetzt einfach, ob er nicht zu deinem zweijährigen Jubiläum dazukommen will. Und so saß Schmidi dann bei mir im Wohnzimmer. Wild. Aber auch, also, ja, man sieht halt immer nur auf Fernseh und Video, ne, euch so live. Und dann denkt man auch immer, oh, das sind Großen und was wollen die mit so einer kleinen Mutti? Und ach, niemals kommt er. Und auf einmal stand er da. Hallo, ich bin's, Schmidi. Ja, und das war echt auch ein sehr, sehr cooler Abend. Angel will schon die ganze Zeit, dass ich mal zu ihm komme, aber irgendwie kriegen wir es nicht hin. Ja, bei uns ist es ja auch immer ein bisschen problematisch. Wir hatten ja auch schon deutlich mehr vor, als wir dann letztendlich umsetzen konnten. Ja. Das ist aber leider immer der Struggle. Ich habe auch dauerhaft irgendwie drei Projekte im Kopf, die ich gerne machen würde, wo es einfach keine Zeit für gibt. Mir kraut es auch jetzt schon wieder, weil heute in der Woche sitzen der Alex und ich tatsächlich schon, ne, warte, heute Abend, ne, jetzt sind wir schon in Spanien in der Woche. Heute ist der? Ne, also heute ist Donnerstag und wir fliegen donnerstags früh um 4.50 Uhr nach Spanien auf die Messe. Und davor müssen wir noch eine Folge Shisha-Cast aufnehmen. Ne. Ne. Ne, kurz danach. Kurz danach. Zwei Tage, nachdem wir landen, da nehmen wir dann die nächste Folge. Einen Tag, nachdem wir landen. Einen Tag danach. Oh Gott. Ja, ja, ich und Termini, ihr merkt schon wieder, ne? Ja. Ne, heute in der Woche sind wir schon in Spanien. Ja. Da sind wir schon auf dem Weg nach Sevilla. Ja. Da chillen wir hoffentlich schon, ne. Doch, vielleicht. Ja, genau. Da chillen wir hoffentlich schon bei uns im Airbnb am Pool und haben uns erst geschafft. Wenn wir noch ein Airbnb finden. Noch ist keins bestätigt. Reden wir nicht drüber. Ne, reden wir nicht drüber. Also wirklich so gut wie die Planung für unseren Belgien-Trip war, so scheiße ist die Planung für den Spanien. Also das hat mich auch teilweise echt nervenkostet, muss ich sagen. Also du hast ja irgendwann gemerkt, der Alex irgendwann so, Marvin, bist du eigentlich sauer? Und ich so, ne Alex, ich bin nicht sauer auf dich, ich bin nur abgefuckt von dieser ganzen Spanien-Scheiße. Ja, es war wirklich ein riesiges Hin und Her, bis wir es dann irgendwann mal so halbwegs geschafft haben, auf die Beine zu stellen. Es waren wirklich viele Faktoren, die da zusammengekommen sind, die einfach scheiße waren. Die Flüge sind immer teurer geworden, es gab keine wirklich gute Verbindung, es wollten ein paar Leute mit, die dann aber da nicht konnten oder da nicht konnten, weil wir hatten ja noch überlegt, ob wir vorher hinfliegen oder noch ein bisschen länger bleiben. Im Endeffekt ging alles in die Hose und ich habe dann irgendwann gesagt, weißt du was, scheiß drauf, ich fliege einfach für die Messe hin und juckt mich nicht. Jetzt sind wir Donnerstag bis Montag in Spanien. Wobei ich glaube, das wird sehr, sehr traurig, wenn wir zurückfliegen und das schöne Wetter in Spanien zurücklassen müssen. Ihr bringt es doch bitte mit. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Ja, schön. Also gerade ist ja nicht so sommerlich. Was haben wir jetzt draußen? Irgendwie so, was ich gucke. Ja, maximal 20 Grad. 20 Grad haben wir. Aber heute Morgen hat es auch schon wieder geregnet und so. Ja, vorhin ja auch. War ja auch halber Wolkenbruch. Ja. Das ist halt echt belastend. Aber gut, kann man nichts machen. Speaking of Spanien. Wir wollen ja auf die Shisha-Messe. Du schaffst dieses Jahr leider nicht nach Spanien, aber du warst in Frankfurt am Start. Und auch nicht zum ersten Mal, oder? Auf der Shisha-Messe. Ach so, ja, ich war das erste Mal, ja. Ach doch, das war dein erstes Mal? Mein allererstes Mal. Ich wollte ja 19 gehen und dann war ja Corona und dann konnte ich nicht mehr auf die Messe gehen, weil es ja zu war. Und dieses Jahr war ich das allererste Mal auf der Shisha-Messe. Sehr beeindruckend. Mein oberstes Ziel war, an alle Hersteller, die schon mal mir was zugeschickt haben oder einfach mal mir was sagen lassen haben, da hinzugehen, um mich persönlich vorzustellen und einfach mal ein Danke da zu lassen, dich zu sehen und die ganzen Hersteller einfach erstmal eine abarbeiten und Hallo sagen. Im Augenwinkel habe ich dann schon zwei, drei Sachen gesehen. Oh, da muss ich nachher hin, da will ich hin und das will ich mir kaufen. Habe es aber nicht geschafft. Ruckzuck war es 6 Uhr. Um 6.20 Uhr haben wir dann die Messe verlassen. Du warst auch nur Samstag da, ne? Ja, eben. Und Fazit ist, also ein Tag geht einfach nicht, das ist einfach zu wenig. Nächstes Jahr werden einfach zwei Tage gebucht. Dann nämlich das Wochenendticket. Ich würde dir auf jeden Fall ans Herz legen, dann Freitag mitzunehmen. Ja, aber Freitag, ich weiß ja nicht, ob ich so einen Pass bekomme, dass ich da rein kann. Kriegt man bestimmt hin. Ich glaube schon. Wenn du da mal lieb bei den Shisha-Messe-Leuten fragst, machen die bestimmt. Denk schon. Also wirklich, es war auch ein ganz, ganz tolles Ereignis. Und mir hat halt, meine Tochter und Erik haben dann irgendwann angefangen, einen Bild-Counter einzurichten. Das fand ich so süß, das hast du im Video gesagt. Und auch das Intro von den beiden vom Video war ja wirklich Gold wert. Ja. Ich habe mich weggeschmissen, als ich es gesehen habe. Also auch da müssen wir noch dran arbeiten und werden dran arbeiten, weil so wie wir uns das vorgenommen haben, ist es natürlich nicht geworden. Ihr habt es ja alle gesehen. Aber auch da wachsen wir noch an unseren Aufgaben und freue mich da jetzt wirklich schon auf nächstes Jahr, da auch ein bisschen besseres Video noch zu machen. Ja. Was steht sonst so an Events an? Gehst du gerne auf Tastings, Treffen? Ja, übermorgen. Übermorgen Frankfurt haben wir vorhin schon kurz drüber geredet, dass wir uns da wahrscheinlich direkt wiedersehen. Mhm. Ja. Aber sonst so allgemein bei dir? Du hast erzählt, du warst jetzt letztens noch in der Eröffnung von der Shisha-Bar mit dabei, ne? Genau. Vom Lello. Vom Lello. Der ja den Hukita-Laden schon länger hat. Hukita-Store in Bittikeim. Und jetzt heißt es Hukita-Lounge in Marbach am Neckar. Sehr, sehr tolle Bar. Ich muss sagen, ich kenne jetzt nicht so viele. Ich war jetzt insgesamt mal in drei Shisha-Bars. Deswegen kann ich jetzt nicht so, aber ich bin positiv überrascht. Es gibt auch einen Außenbereich. Die Lüftung hat super gut funktioniert. Da habe ich ja immer ein bisschen Angst, dass ich da ja die Luft schneiden kann. Aber das ist gar nicht wirklich toll. Krass, sogar bei der Eröffnung war die Luft in Ordnung, weil das ist eigentlich immer so der Härtetest, würde ich sagen. Genau. Und auch wirklich toll. Auch die Wände toll verkleidet. Also ganz, ganz toll. Da werde ich auf jeden Fall öfter sein. Ich habe schon Lello angekündigt, dass ich da vielleicht auch mal ein Treffen machen möchte. Oh ja, das ist nice. Weil es ist ja schon ziemlich nah an Stuttgart und so. Und vielleicht hat man dann doch mal Chancen, sich mit dem einen oder anderen zu treffen. Hast du schon mal so ein Fantreffen? Ja, einmal hatte ich eins in Moosbach. Und da sind dann auch ein paar gekommen. Aber das Überwältigste war eigentlich die Shisha-Messe. Das glaube ich. Da waren wirklich super viele. Mein Mann war ja dabei, meine Tochter und Erik. Und mein Mann ist ja immer nur im Hintergrund gestanden und hat sich das so angeguckt, wie sie so um mich rumwuseln. Viele haben sich ja getraut, aber noch mehr sind im Hintergrund gestanden und haben gesagt, da ist sie, die Shisha-Mutti. Aber wir trauen uns nicht. Und ich habe schon vorher im Live immer gesagt, kommt auf mich zu. Und ich weiß dann auch mal die Namen hinter den Klicks und so. Also ja, aber es waren trotzdem beeindruckende Bilder und wirklich ganz tolle Sachen. War es auch komisch? Am Anfang, klar. Der eine hat gemeint, ich hätte genervt geguckt. Nee, ich war nur schüchtern. Weil so, klar, man fühlt sich dann ja schon so ein bisschen, warum kommen so 17-, 18-jährige Kinder auf dich zu und wollen ein Foto machen? Das ist schon merkwürdig und komisch. Aber man wächst dann auch und es gefällt einem dann auch. Also man badet dann so richtig drin. Also ich habe es schon genossen, ja. Ja, war bei mir eigentlich ganz genauso. Also ich kann es voll verstehen, dass du, also dass es erstmal super überwältigend ist, aber auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch super cool, ne? Ja. Also keine Ahnung, es ist, ich habe es damit verglichen, dass wenn man so 100 Leute mit Videos und Streams erreicht oder Hunderte oder sogar Tausende im Fall von Videos, Zehntausende, Hunderttausende vielleicht, dann ist das so eine Zahl, die du siehst und du weißt natürlich, was diese Zahl bedeutet. Aber ich finde, wenn so 10 Leute auf der Messe um dich rumstehen, ist das viel überwältigender. Das, also wenn du dann, das, also das ist immer so komisch, das rüberzubringen. Die Zahlen auf YouTube weiter sind halt nicht greifbar für uns. Du verbindest es nicht, also du weißt, dass es echte Menschen sind, aber es ist trotzdem was anderes, wenn die Menschen in echt vor dir stehen, dein Mundstück umhaben und dann mit dir reden wollen. Ja. Das ist wirklich mindblowing, finde ich. Also das war wirklich krass. Ich war ja gestern im Umera, da waren auch wieder drei Mädels da. Bin ich reingelaufen, war um 17 Uhr, also war noch sehr, sehr leer. Da saßen da drei Mädels und ich laufe so rein und ich nick so allen zu beim Reinlaufen. Es waren nur die drei Mädels und noch ein Typ, der da allein saß. Nicke ich denen allen so zu und gehe so hinter und halte mich ein bisschen mit den Jungs hinten und auf einmal so, ey, die haben gerade erzählt, die gucken auch deinen Stream und so. Und dann haben wir auch noch ein Foto gemacht und das finde ich immer so süß. Also das ist schön. Also keine Ahnung, ich mag das total, die Leute hinter den Usernamen kennenzulernen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und die sind es ja auch, die für uns da sind. Die klicken ja auch. Also deswegen muss ich da auch echt viel Zeit nehmen. Habe ich auch gemacht und deswegen habe ich leider nichts kaufen können. Ja, aber es ging mir ganz genauso auf der Messe. Ich habe, glaube ich, den ganzen Samstag durchgängig nur mit Leuten geredet. Ich war, glaube ich, an keinem Stand wirklich was gucken, rauchen oder sonst was. Ich habe mir den Theo-Tabak geholt, den neuen Darkblend aus Tschechien. Dann sind wir in die Lounge. Also es gab ja so eine kleine VIP-Lounge, sage ich mal, so einen abgeschlossenen Bereich. Ja, aber da sind wir auch nur kurz rein, weil wir halt das Messe-Video weiterschneiden wollten und dann sind wir auch schon wieder weiter. Und ansonsten habe ich auch, glaube ich, non-stop mit Leuten geredet. Ja, also ich habe dich auf der Messe eigentlich fast gar nicht gesehen. Ja, naja, das war schon wirklich wild auf der Messe. Aber über die Messe haben wir ja schon in der letzten Folge genug geredet. Nochmal eine kleine Mid-Roll-Werbung für Stimulation. Die sind ja heute auch Sponsor, beziehungsweise haben wir ein Placement heute von Stimulation in diesem Shisha-Cast. Da erstmal ein dickes Danke an Stimulation, weil wir produzieren ja mittlerweile den Shisha-Cast nicht mehr selber. Also natürlich nehmen wir den auf, wir suchen die Themen raus, wir gucken, was da rein soll und so weiter. Aber das Schneiden, Bearbeiten, Hochladen, Texte schreiben, Instagram-Posts machen auf dem Shisha-Cast-Profil, das hat alles der Basti übernommen. Und der Basti macht das sehr gut, aber der Basti muss halt auch Geld verdienen, um zu überleben. Und das heißt, wir haben mittlerweile Ausgaben mit dem Shisha-Cast und deswegen an der Stelle ein dickes Danke an Stimulation, dass sie den Shisha-Cast hier finanziell unterstützen, sodass wir ein bisschen mehr den Rücken frei haben. Und uns nicht mehr um das ganze bürokratische Gedöns im Hintergrund streiten müssen, sondern uns einfach auf das Produzieren vom Shisha-Cast. Also jetzt habe ich gesagt, wir produzieren ja nicht mehr selber, aber wir produzieren konzentrieren. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir kümmern uns um die Aufnahme. Der Basti kümmert sich um den Schnitt, das Hochladen, das Verteilen und so weiter. Um die ganze Post-Production im Endeffekt. Genau, die komplette Post-Production ist von Basti übernommen. Und genau, Stimulation hat ja mehrere Modelle. Wir sind da mittlerweile bei vier, die für den Endkonsumenten richtig relevant sind, würde ich sagen. Es gibt natürlich auch die Exclusive-Reihe von Stimulation, die ja teilweise mit Swarovski-Steinen besetzt sind und sowas. Ich habe gesehen, die Spons sind ja mittlerweile sogar die Alpha-Lounge in Düsseldorf, sogar unter anderem mit den Exclusive-Modellen. Sehr, sehr krass. Es gab auch schon Formel-1-Events in Monaco von Stimulation. Was? Ja, wo du dann abends in Monaco in irgendeinem Deluxe-Ding dann eine Stimulation-Pfeife rauchen konntest. Dafür sind die natürlich auch perfekt. Aber für die Endkonsumenten glaube ich am interessantesten natürlich für die Leute, die mit vier Leuten an einer Pfeife rauchen wollen, die Pro-X 3. Eine Pfeife, wo man mit vier Leuten dran rauchen kann und auch noch alle entlüften können. Und du noch extrem viele Möglichkeiten hast, beim Rauchen einfach den Blow-Off umzustellen. Dann für die Leute, die zwar eine etwas größere Pfeife haben wollen, aber nur eine Einschlag-Pfeife wollen, die, die der Alex gerade raucht, die Pro-X Prime. Dann gibt es noch die etwas kleinere Variante, die hat gerade die Tanja an, die Pro-X Mini. Und dann jetzt noch neu die Variante, die ich gerade rauche, die gestern dann endlich vorgestellt werden dürfte, die Stimulation Expansion. Da haben wir ja schon viel drüber geredet. Wie gesagt, sind die gestern rausgekommen. Wir haben da auch den Code Directly und den Code SWG. Guckt euch da sehr gerne nochmal die Videos an und vielleicht könnte ja das eine eurer nächsten Pfeifen werden. Genau, wenn du ja gerade schon die vier Modelle vorgestellt hast, würde mich interessieren, was ist eigentlich deine Lieblingspfeife von Stimulation? Also jetzt natürlich jetzt erstmal ein bisschen ausgelassen, weil die haben wir jetzt erst angefangen zu testen und so weiter. Die Expansion kann man jetzt noch nicht mit reinnehmen. Genau, aber mich würde es mal interessieren, ob es die Pro-X Prime ist oder die Pro-X Mini. Ich glaube, da wird es bei dir nämlich sehr, sehr schwierig, weil du hast eine sehr lange Zeit nur die Pro-X Prime geraucht. Ja. Und die Pro-X Mini passt aber eigentlich eher in dein Rauchverhalten rein. Und genau deswegen ist es auch am Ende des Tages für mich die Pro-X Mini. Viele Funktionen, die die Pfeifen haben, wie 360-Grad-Klicksystem, Durchzug, Verstellung und, und, und. Also Simulations sind ja vollgepackt mit Technik. Brauche ich am Ende des Tages nicht unbedingt. Und ich mag dieses sehr kompakte, sehr einfache, aber trotzdem mit der genialen Made-in-Germany-Qualität. Und deswegen komme ich bei der Pro-X Mini raus. Aber auch die Pro-X Prime ist cool, aber ich schwank immer so ein bisschen mit denen. Aber ich habe schon gesagt, ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass die Expansion in Zukunft meine meist gerauchte Stimulation sein wird. Ja, bin ich eigentlich eins und eins voll bei dir. Weil Pro-X Mini habe ich ja, als ich noch keine Stimulation hatte, eigentlich bei dir im Office nur geraucht. Also jedes Mal, wenn ich da war, habe ich mir die Pro-X Mini geschnappt, angemacht. Weil Rauchverhalten, Flows umstellen, finde ich einfach cool. Und es passt halt auch am besten mein Rauchverhalten rein, muss ich sagen. Aber ich glaube auch, dass die Expansion in Zukunft wahrscheinlich die Pfeife wird, die man am öftesten bei mir sehen will. Ja, ich glaube, die passt auch einfach am besten zu uns. Ja. Aber nochmal ein dickes Danke an Stimulation für den Support. Und ihr könnt ja mal reinschauen bei shisha-stimulation.de. Genau. So, die Messe haben wir abgehakt. Den Werdegang von Tanja auf YouTube haben wir abgehakt. Bleibt uns also noch der Blick in die Zukunft. Tanja, was hast du denn noch vor auf YouTube? Hast du denn Ziele, die du dir selbst stellst? Gibt es Abonnentenmeilensteine, Klickmeilensteine oder sagst du einfach, ich will eine gute Zeit haben, ich will coole Videos machen? Also ein Meilenstein ist mir mal gesetzt worden. Auch wieder von meinem Sohn und von Erik. Ich merke schon, deine Kinder sind basically dein Social Media Management, ne? Also bei 20.000 Abonnenten wollten sie in sechs Stunden Livestream. Oh. Ja. Wo stehst du aktuell? Äh, 16.040. Mhm. Fehlt ja gar nicht mehr so viel, ne? Ja, aber es zieht sich. Es zieht sich gerade ordentlich. Nee, aber ich habe keine Ziele. Ich habe keinen, ich will, Blähbärten sowieso niemals erreichbar. Mein Gott, das geht nicht. Ähm, dafür müsste ich viel machen. Mein Mann sagt auch immer, ja, du hast doch bald und hoffentlich wirst du groß. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn man groß ist, wird auch viel verlangt von einem. Und mehr. Und ja, einfach professioneller. Und da ich das einfach mit meiner Zeit nicht immer alles so kombinieren kann, weil ich halt meinen Job Oma unheimlich liebe und jede freie Minute meine Enkelkinder da habe, ähm, ich habe nicht wirklich große Ziele. Wenn ich die 20.000 erreiche, freut es mich. Aber ich will einfach so weitermachen wie bisher. Einmal in der Woche ein Video machen. Und wichtig für mich ist eigentlich auch diese Leute im Hintergrund. Also gerade viel auf Instagram kennengelernt, ganz, ganz viele nette, liebe Menschen. Ähm, das gibt mir eigentlich mehr als diese unheimlichen vielen Klicks. Klar, für viele ist es wichtig, aber ich sage immer mal, es ist einfach wichtig, da, wo man jetzt steht. Und wenn man da sich angekommen fühlt und glücklich ist, dann, ich glaube, mehr gibt es nicht. Also auf Krampf jetzt noch mehr zu produzieren und einfach noch mehr zu machen, nee, ich glaube, das wird mich stressen. Deswegen, es ist mein Hobby und geben wir es ganz normal in Ruhe an. Finde ich auch cool. Ist natürlich auch schön, also gerade für Leute wie uns, die da natürlich auch beruflich dann drin stecken. Also, du verlierst natürlich immer ein Stück Hobby in dem Moment, wo dein Hobby auch zum Beruf wird. Es ist natürlich ein unglaubliches Privileg, sein Hobby zum Beruf machen zu können. Aber ich glaube, so ein paar Sachen vermisst man dann doch. Also, ein paar Freiheiten, die man natürlich hat, wenn es nicht der Job ist, sind schon cool. Also, ich finde, bei Social Media allgemein ist es eher so der Druck, den du dir selber machst irgendwo. Weil ich habe gemerkt, als ich noch im Studium war, da habe ich halt gesagt, okay, ich mache Pause, weil Studium hat Priorität. Und da gab es halt auch mal wirklich einen Monat vielleicht mal Zeit, wo ich halt kein Social Media, nichts gemacht habe. Und dann habe ich so gemerkt, ich mache mir gar keinen Druck. Ich baue mir halt einen Kopf, wie ich Bock drauf habe. Ich brauche, was ich will. Von mir aus dreimal den gleichen Kopf, dreimal den gleichen Tabak. Wo du halt gerade bei, wenn du eine Story machst, fünfmal überlegst, okay, ich will das eigentlich noch testen. Ich würde dazu gerne noch was sagen. Ja, und vor allem kannst du halt auch nicht zehnmal hintereinander einfach eine Traube Minse rauchen. Weil irgendwann wird es den Leuten auch langweilig. Dann denken sie sich so, beim Alex muss ich ja nicht mehr reingucken. Der hat die letzten zehnmal nur Traube Minse geraucht. Den kenne ich jetzt wohl. Genau, und da, ich finde, das ist eigentlich immer so das Ding, was man verliert, beziehungsweise so diese Leichtigkeit irgendwo, die ein bisschen verloren geht. Ja, man hat halt auch, man, 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 ja, Verpflichtung, ich würde, ja, Druck, ja, das geht schon alles so in die richtige Richtung. Man muss halt nicht unbedingt liefern. Ja. So, ne, also. Eben, ich kann, ich gehe zweimal die Woche live, mittwochs und sonntags. Das hast du ja auch vermehrt, ne? Das habe ich auch. Früher war mittwochs. Genau, nur mittwochs. Und dann kam die Frage halt auch ganz schnell, kann ich auch öfters mal kommen? Wir finden dich so authentisch und sympathisch. Und es geht ja bei mir nicht immer nur um Shisha. Wir reden auch mal über Autos und was weiß ich, was da jetzt alles so das Thema ist. Und da sage ich ja auch, es ist ja auch wichtig, den Leuten zuzuhören, was interessiert die im Moment, was ist gerade denn ihr Thema? Und auf das auch dann einsteigen. Also es ist jetzt nicht nur wirklich komplett hundertprozentig Shisha, sondern auch mehr. Und deswegen war die Nachfrage halt da, dass ich auch das Ganze zweimal die Woche mache. Aber mein Druck natürlich nicht da, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, am Sonntagabend, ich habe es den Leuten auch gesagt, ich bin unheimlich tief verfangen mit meiner Vespa rumzufahren. Dann kann es halt auch mal sein, dass ein Sonntag ausfällt, weil ich einfach irgendwo noch in den Alpen stecke oder auf irgendeinen Straßen. Also da habe ich halt den Druck nicht. Einfach ein Shisha-Stream von der Vespa aus. Ja, das haben sie auch schon alles gesagt. Ja, das ist immer einfach gesagt. Und dann wäschen noch eine Shisha auf die Vespa und so, aber das geht halt alles leider nicht. Ich habe jetzt letztes Mal meinen Koffer ausgetauscht und habe zu meinem Mann sofort gesagt, der wird nicht weggeschmissen, du musst mir was bauen, dass ich während der Fahrt Shisha rauchen kann. Dann hat er wirklich, ja. Aber ich muss sagen, das sind auch wirklich die Videos, die ich glaube ich am coolsten finde, wo du so Sachen baust. Ja. Da bin ich mittlerweile wirklich Fan von geworden, wenn ihr wieder irgendwas Verrücktes baut. Du hast heute auch eine Sache mitgebracht. Ja. Und zwar dein Blumentopfkopf. Ein Kopf, den du aus einem Mini-Blumentopf und einem Mini-Blumentopf-Untersetzer gebaut hast. Genau. Du hast gesagt, du hast dir sogar jetzt geraucht mit 20 Gramm für zwei Stunden. Zwei Stunden. Krass. Im Livestream, weil die Leute das ja natürlich aussehen wollen, was ich mache. Und ich kann es ja nicht einfach nur bauen und dann wegstellen. Ja. Das ist ja auch unglaubwürdig. Und dann habe ich ihn am Sonntag zum ersten Mal geraucht. Habe dann aber nach einer Stunde aufgehört, Livestream zu machen, weil ich ja doch schon ein bisschen so das Ding habe. Es ist doch, ich will die Leute schön sehen. Ich musste aber nach einer Stunde aufhören oder wollte, weil ich ja zum Lello zur Eröffnung gegangen bin. Habe mir also wieder nur eine Stunde geraucht. Und gestern im Livestream, also mittwochs, habe ich gesagt, heute kommt er komplett dran. 20 Gramm rein und Mo drauf, drei Kohlen, zweieinhalb Stunden. Ich musste mal die Kohlen nachlegen, ganz klar, aber zwei Stunden. Also hast du nochmal Kohle angemacht, hast nochmal nachgelegt und dann lief der aber auch zwei Stunden. Genau. Und auch der Geschmack war nicht wirklich, dass es nach nichts mehr geschmeckt hat. Also der Geschmack ging wirklich am Ende vielleicht 40 Prozent Geschmack noch, aber man konnte ihn wirklich zwei Stunden ganz locker rauchen. Ja, krass. Und ihr habt ja noch mehr gebaut. Du hast noch eine Shisha-Transportbox gebaut und du bist auch schon am nächsten Projekt dran. Willst du das schon anteasern oder ist das lieber noch geheim? Nein, ich habe mir jetzt einen Meter großen Baumstamm geholt mit 70 Zentimeter Durchmesser. Den ich dann mit meinem Schwiegersohn schierend ins Auto gebracht habe, weil ich, ja, ich habe halt gedacht, ein Meter Baumstamm, 70 Zentimeter ist nicht so schwer. Aber alle Achtung, mein Polo ist ganz schön, der war auf jeden Fall das erste Mal tiefer gelegt. Ja, und jetzt haben wir aber doch festgestellt, dass es einfach zu wuchtig wird, weil ich hätte natürlich oben auch gerne noch einen Griff dran. Und dann soll er mir so wie so einen Teller noch ausfräsen oben drauf, dass die HMDs ja auch noch gleich drauf passen. Meine 48 Köpfe sollen ja auch noch dran. Jetzt haben wir gesagt, wir tun es teilen, 50 Zentimeter. Und dann wird er gefräst, dass er so ein bisschen konisch nach oben schmaler zuläuft. Und da möchte ich dann die Köpfe aufhängen drauf. Die Chance haben, das natürlich auch mal mitzunehmen. Das ist eine coole Idee. Das ist unser nächstes Projekt. Also ohne meinen Schwiegersohn könnte ich es nicht machen. Ja gut, man muss sich dann Hilfe und Expertise mit ins Boot holen, wenn man da so gewagte Projekte hat. Ich muss sagen, ich sehe eigentlich Tanja mal zusammen mit Sandro zusammen irgendwas passen. Das war so der Hammer, dieser Holz-Shisha. Ich feiere es heute noch. Sandro ist ja auch so ein Bastelbegeister. Ja, Sandro ist wirklich der McGyver. Bis hin zu Seven vs. Wald. Ich baue mir eine Shisha im Wald. Das war so toll, das Projekt. Dieses Seven vs. Wild-Shisha war schon wirklich geil. Ich wäre wirklich durchgedreht. Ich wäre wirklich durchgedreht. Ich glaube, ich hätte nach zwei Stunden im Wald alles beiseite geschmissen. Hätte niemals drüber geredet. Aber ich glaube, ich hätte mich da auch deutlich dümmer angestellt als Sandro. Ja, same. Also ich bin viel zu grobmotorisch für sowas. Safe, ich auch. Und als ihm dann alles ausgelaufen ist, da aus der Bowl und so. Als er dann mal ein neuer gemacht hat. Und ich dachte mir so, ich glaube an dem Punkt wäre so gewesen so, scheiß drauf, das wird ein Fail-Video und fertig. Ja, ich glaube, das wäre bei mir ganz, ganz, ganz genauso. Ja, also da bin ich schon immer für zu haben. Handwerklich sowieso. Gebe mir lieber eine Bohrmaschine statt eine Stricknadel in der Hand. Also ich bin schon auf der Schiene, so richtig kernige Sachen zu machen. Mit einer Nähmaschine? Wie wäre es denn mal mit so selbstgemachten Muddi-Schlauch-Sleeves? Wäre das nicht auch mal eine Idee? Mich fragen viele nach Merch. Also, aber ich, ja, ich habe ja einmal welche gemacht. Ich habe ja die Teigschaber gemacht, die ja immer noch in aller Munde sind. Die Muddi-Teigschaber. Und die T-Shirts, aber jetzt fragen sie immer nach Tassen. Aber ich weiß nicht, traue mich da nicht so ran. Tasse finde ich auch cool. Ja. Aber was ich mir vorstellen könnte, es gab mal eine kurze Zeit in der Shisha-Szene, da waren Schlauch-Sleeves total in. Das heißt, du hattest einfach so ein, ja, wie nochmal einen Schlauch, den du über den Schlauch ziehen konntest mit bestimmten Mustern. Da wird doch bestimmt auch irgendwie was, weiß ich nicht. Neue Idee ist geboren. Habt ihr das mitgekriegt? Ja. Also, in ein paar Wochen dann auf YouTube das Video. Und wenn mein Mann jetzt noch hören, weil er hat mir nämlich extra zu Corona Masken nähen, hat er mir noch eine teure Nähmaschine gekauft. Oh, also bist du auch noch perfekt ausgestattet. Mhm. Habe ich dich dazu was gezwungen gerade? Du klingst nicht so begeistert. Ja, also ich sage so, Frauensachen ist nicht ganz so meins. Und dann schenkt dir dein Mann eine Nähmaschine? Ja, ich musste ja Masken nähen früher. Ach so. Bis man sie dann ja nicht mehr benutzen durfte. Ja. Ah ja, stimmt, die Selbstgenähten waren ja dann irgendwann natürlich nicht mehr erlaubt. Stimmt. Ja, Corona, wisst ihr noch damals? Das ist so krass, wie schnell das jetzt auf einmal alles... Ja. Wirklich wie innerhalb von einem Monat Corona einfach vorbei. Also da hat irgendjemand gesagt, Corona ist jetzt vorbei und dann war das vorbei. Also für mich war der Zeitpunkt eigentlich wirklich an der Messe, wo dieser Status kam, so von wegen Corona ist vorbei, weil halt überhaupt keine Beschränkungen sind. Und seitdem immer weniger. Also es ist immer weniger, dass es mir so im Bewusstsein ist, muss ich sagen. Aber wie ging es euch, also so ohne Masken, in der Masse rumzulaufen? Wie war das für euch? Es war, also für mich persönlich war es, das Rumlaufen war irgendwo okay, weil man war es mittlerweile ein bisschen gewöhnt, auch wieder einzukaufen ohne Maske und so weiter. Aber zum Beispiel, ich habe mir gesagt, ich will an keiner Tasting-Pfeife rauchen. Also das war für mich noch so ein Punkt, wo ich mir gesetzt habe, sozusagen, dafür ist es mir zu heikel, das zu riskieren. Dann rauche ich lieber irgendwie hinter den Kulissen in der Lounge oder sowas noch eine Pfeife. Aber ich habe an keiner Tasting-Pfeife geraucht. Aber so dieses Rumlaufen ohne Maske, es war schon irgendwie cool, mal wieder die Leute, auch die Gesichter zu sehen. Extremig, ja. Gerade so, wenn du mit Leuten geredet hast, die halt zu dir kamen, so ein bisschen sprechen wollten, vielleicht ein Bild machen wollten. Das war schon echt cool. Ja. Aber ja, also das Rumlaufen war für mich wirklich so fast wieder normal. Bei mir war es auch sehr, sehr ähnlich. Also mit dem Rumlaufen ohne Maske, also ist man jetzt einfach wieder gewohnt, würde ich sagen. Für mich war es schon am Anfang eine kleine Überforderung, wie viele Menschen da auf so einem kleinen Raum waren. Ich war eh nie der Freund von riesigen Menschenmassen. Also, weiß nicht, ich bin da eher so, ja weiß nicht, also ich muss da jetzt nicht irgendwie 20.000 Leute auf kleinstem Ort haben. Hat mich auch manchmal bei Festivals überfordert. Aber dadurch, dass man das dann so lange nicht hatte und dann auf einmal in diese Messehalle reingekommen ist und es war einfach alles voll mit Menschen, war das am Anfang schon krass. Aber da habe ich mich dann auch wieder dran gewöhnt und nö, also ich habe das eigentlich gehandhabt, wie der Alex schon gesagt hat. Also ich habe jetzt nicht über den ganzen Tag die ganzen Pfeifen da geraucht, die da rumstanden. Wenn ich eine für mich bekommen habe, war das okay für mich, aber ich bin nicht zu den ganzen Tastingpfeifen, habe da alles probiert. Das habe ich Freitagvormittag fürs Video gemacht und danach war aber auch gut. Und die Sachen, die mich dann sehr interessiert haben, habe ich mir entweder mitgenommen oder halt, wenn ich die alleine probieren konnte, alleine probiert oder ansonsten halt leider drauf verzichtet. Aber das war eigentlich so die einzige Einschränkung, die ich für mich gemacht habe, dass ich jetzt gesagt habe, ich hänge da nicht an jeder Pfeife, die von tausend Menschen schon geraucht wurde und rauche die auch noch. Ja, ich weiß auch noch, wo unser Mindplone-Effekt irgendwo kam, als wir aus Spanien wieder kamen, wurde nämlich hier die Maskenpflicht in der Zeit aufgehoben. Da sind wir dann nachts ja noch mit einem Place-Bus von Köln nach Frankfurt gefahren und haben dann irgendwann getankt, sind in die Tankstelle rein, alle Maske aufgezogen und dann kam irgendwo so... Stimmt, ist ja gar nicht mehr in Deutschland. Ja, weil auf einmal Leute reingekommen sind ohne Maske und so, ach krass. Stimmt, da braucht man ja gar nicht mehr in Deutschland. Das war schon komisch, weil in Spanien war das da die ganze Zeit noch so. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt in Spanien ist. Das weiß ich auch nicht. Müssten wir uns vielleicht nochmal schlau machen, wenn wir in der Woche in Spanien sind. Ich wollte gerade sagen, wir sollten vielleicht noch ein, zwei mehr einpacken. Ja, wahrscheinlich besser so. Flieger ja vielleicht eh noch, oder? Ist Flieger auch wieder ohne? Ich habe keine Ahnung. Ich denke auch noch immer noch mit. Auch in den Bus und Bahn musst du ja heute auch noch Masken anziehen. Ich glaube, ich habe gehört bei den ersten Airlines nicht mehr. Habe ich auch irgendwas gehört? Ich weiß, ich kann es aber nicht sagen. Ja, wir müssen echt nachgucken und auf jeden Fall eine Maske einpacken. Ja, zu 100 Prozent. Ja, sicher ist sicher. Vor allem, also so eine OP-Maske finde ich auch wirklich null nervig. Nee, überhaupt nicht. Die FFP2 finde ich über so viele Stunden im Flieger irgendwann ein bisschen ansprengend. Ich glaube, es ist über einen langen Zeitraum, genau. Vor allem wir als Brillenträger. Ja, bei euch ist es halt normal. Ja, bei den OP-Masken geht es, aber bei den FFP2-Masken ist halt die Brille dauerbeschlagen, basic. Aber gut, wir sind die Probleme ja größtenteils los. Wir müssen jetzt auch nicht mehr über Corona meckern und rumheulen und Masken, bla bla bla. Wir haben das jetzt zum Glück größtenteils hinter uns gelassen, würde ich sagen. Und das ist auch gut so. Ja. Ich finde es interessant, dass du nicht sagst, ich will schon noch so und so viele Abonnenten haben oder so. Für mich ist das total, also gut, ich hatte eine ähnliche Phase. Also ich habe mich schon gefreut, als während Corona natürlich der große Boom kam, sage ich mal. Den hast du ja auch miterlebt. Aber als ich dann so auf die Richtung 100.000 zugegangen bin, aber ich weiß auch nicht, ob das vielleicht daher kam, weil ich ja schon viel länger so tief im Thema YouTube drin war. Also nicht mal nur ich mache YouTube, sondern ich habe ja so viele YouTuber gesehen, die dann irgendwann auf die 100.000 zugegangen sind oder sogar die Millionen und diese Überschreitung von der Grenze mitbekommen habe. Und für mich war das total mindblowing, als dann die 100.000 da waren. Ja, ich glaube, bei dir war das auch irgendwo so ein ungreifbares Ziel, als du mit YouTube angefangen hast. So dieses, dieser Playbutton einfach, so dieses, ich habe diesen Playbutton in der Hand, der mir sagt, ich habe 100.000 YouTube-Subscribers. Wie gesagt, ich habe das immer bei anderen YouTubern gesehen und war da immer total fasziniert von und ich hätte ja auch, also ich habe am Anfang nie damit gerechnet, dass das mit einem Shisha-Kanal überhaupt drin ist. So, ne, also, also ich habe es dann irgendwann natürlich bei David mitbekommen, aber David hat ja auch, ich glaube, der ist jetzt im siebten Jahr oder hat sieben Jahre rum und ist im achten Jahr. So, und ich habe jetzt, glaube ich, fünfjähriges Ende diesen Monats. Also ich glaube, David hat zwei oder drei Jahre Vorsprung und da, also vor Corona, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Long story short, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen und am Ende war es doch so. Genau, ich glaube, das ist so dieser Punkt gewesen, der einfach, wo man, wo man es dann doch wieder umschwenkt auf dieses, krass ist es doch irgendwo eine realistische Möglichkeit, diesen Playbutton zu haben. So dieses, dieses Ziel, was man sich irgendwo mal ausgemalt hat, wirklich nicht mal so gesagt hat, da, das ist realistisch, sondern ausgemalt wirklich. Und das ist halt, glaube ich, noch mal so ein anderer Gedankengang. Ja, denke ich auch. Ja, aber ich hätte ja am Anfang ja niemals gedacht, dass ich mal überhaupt 5.000, 10.000 und dann waren auf einmal die 16.000 da. Also das habe ich ja niemals für Möglichkeiten. Also deswegen setze ich meine Ziele erstmal gar nicht so hoch. Und wenn es dann geht, geht es. Was natürlich ja, umso mehr es werden, umso mehr will man ja aussehen. Also, und dafür habe ich halt Angst, dass ich dem dann vielleicht irgendwann auch nicht mehr gerecht werden kann, weil, ja, ich habe halt zu viele Hobbys auch, die viel Zeit brauchen. Gestern erst noch hatte ich wieder meine zwei Enkelkinder da und jede freie Minute, wenn ich kann, reiße ich die aber auch an mich. Also da gibt es dann nichts mit Shisha oder so. Und auch wenn ich mit meinen Enkelkindern in Urlaub gehe, was ich ja dann auch mache, weil ich sie mitnehme ins Allgäu, da wird einfach keine Shisha mitgenommen. Das sind einfach so Sachen, da bin ich dann wirklich Oma und ganz normale Hausfrau, Mutter. Nicht Shisha-Mudi. Genau. Vermisst du es in solchen Momenten dann, wo du dann sagst, vielleicht abends mal da bist und denkst so, okay, jetzt will ich mir doch schon gerne den Kopf anmachen oder ist das dann wirklich, du schaltest komplett ab? Okay, krass. Ich war ja vor zwei Wochen, war ich ja auch am Gardasee eine Woche mit der Vespa, also mit mehreren Leuten. Und da sind wir abends auch gesessen in eine gemütliche Runde und haben dann auch mal ein Weinchen getrunken, was ich bei Shisha dann ja nie machen würde, weil Shisha und Alkohol geht einfach nicht, bei mir auf jeden Fall nicht. Was passiert dann bei dir? Dann dreht es mich, dann wird es mir schlecht, also das funktioniert nicht. Und so habe ich mich dann abends mal doch auf einen Dampusko gefreut. Ja, da kann man auch mal switchen, ne? Da kann man mal switchen. Ich glaube, ich würde trotzdem die Pfeife vermissen. Ja, ich glaube auch. Also gerade so dieses, ich sitze da irgendwo geilen Location und dann eine Pfeife dabei anhaben, ist halt, ja. Aber ich, das ist halt hier so dieser, dieser Punkt, den wir vorhin auch schon hatten, so wir sind halt da, glaube ich, nochmal in einer ganz anderen Materie drin, was das angeht. So auch von diesem, ich habe dich ja auch vorhin mal gefragt, so wie viele Köpfe du am Tag rauchst. Ja. Und du hast gesagt, eins bis zwei bei uns ist eigentlich so drei Standard. Ja. Am Tag. Ja, also heute werden es auch wieder locker drei. Gestern waren es zwei bei mir. Ein, ja, ja, zwei. Ja. Gestern war es, ich musste kurz drüber nachdenken, aber gestern waren es zwei Köpfe. Und heute haben wir jetzt einen im Shisha-Cast und heute Abend gibt es noch einen Stream, da gibt es auch noch mindestens zwei Köpfchen. So, dann bin ich auch wieder bei drei. Ja. Also bei mir ist unter der Woche einer. Es gibt auch mal einen Tag, wo ich sage, ich habe jetzt keine Lust, Pfeife zu putzen oder mir alles hinzurichten. Da bin ich einfach eine dreckige Rauche und ich sage euch, wie es ist, bevor ich nicht rauche, wenn ich nicht sauber machen will, ich würde mir die nehmen und würde die so rauchen. Also mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile zwinge ich mich dann eher dazu, die Pfeife sauber zu machen. Natürlich auch bedingt durch Content produzieren. Ja. Aber das war auch wieder so, als ich Pause gemacht habe, war es dann so, ah, die Pfeife steht von gestern noch, ich bin jetzt voll sauber zu machen, packe ich den Kopf drauf und fertig. Das mache ich auch heute noch. Du musst dir nur schlaue Pfeifen hinstellen, Alex. Bei einem Argument. Moment, siehst du nicht, wie alt das Wasser ist? Bei meiner heute sieht man es auch nicht. Ich benutze sie nachher nochmal. Außer du drehst sie, dann wird es schwierig. Nein, nein, wir drehen sie nicht. Wir sind schlau. Ich muss meine noch verstecken für einen Stream nachher. Ja. Ja. Aber wo wir gerade vom Stream reden, würde ich gerne noch einen Punkt ansprechen, wo wir es heute so von dem Überthema YouTube und sowas haben. Thema Streaming. Was findest du cooler, Videos oder Stream? Wenn du dich für eins von beiden entscheiden müsstest, was würdest du nehmen? Und ich weiß, das ist eine super fiese Frage, weil ich wüsste auch gar nicht, wie ich die beantworten soll, aber muss ich auch nicht. Deswegen stelle ich die. Ja, echt schwierig. Okay, ohne dich zwingen zu wollen zu einer Antwort. Also wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, was mir jetzt wirklich sehr, sehr schwer fällt, ich glaube, dann würde ich lieber live mit den Leuten interagieren. Also bei mir wäre es, glaube ich, noch schwieriger, was zu sagen. Ja. Aber also wenn ich ohne Hintergedanken antworten müsste, was würde ich lieber weitermachen? Videos drehen oder Livestream? Ich glaube, ich wäre im Moment auch fast bei Livestream. Krass. Also ich hätte bei dir getippt Videos. Also es würde mir wirklich das Herz brechen, keine Videos mehr zu machen, aber das Livestream mit den Leuten, die teilweise schon über zwei Jahre regelmäßig die Zeit mit einem da verbringen, wo man auch mittlerweile so viel über einige Leute weiß, wo man so viel über die Leute, wo man so viel mitbekommen hat. Ja. Manche haben sich verlobt, viele haben Kinder bekommen, manche sind zusammengezogen, manche haben ihre Ausbildung fertig, ihr Abi abgeschlossen. Das ist so wahnsinnig, was man da mitkriegt von seiner Community und das, warum ich mich fürs Livestreaming entscheiden würde gegenüber Videos, meine Passion, ein gutes Video zu drehen oder meine Passion, einen guten Livestream auf die Beine zu stehen, habe ich viel mehr Begeisterung für die Videos. Aber wenn ich ein Video hochlade, sehe ich ein paar Kommentare und wenn ich einen Livestream habe, sehe ich dauerhaft eine Zeitgenau, also eine Live-Reaktion von den Menschen und eine Live-Unterhaltung mit den Menschen. Und das hast du halt nie bei Videos. Ich bin da auch voll bei dir, weil, also ich meine, ich streame hin und wieder auf TikTok so einen guten Nachtkopf. Nicht mehr daily? Fast daily. Fast daily. Also zum Beispiel Wochenende lasse ich gleich hin und wieder mal ausfallen. Aber so da auch diese Live-Interaktion, dass Leute mittlerweile auf Insta schreiben, so hier kommst du heute Abend wieder live, so dieses, die Leute feiern das. Die vermissen dich schon. Es hört sich komisch an, aber irgendwie. Es ist ja, also wenn sie fragen, Alex, bist du heute wieder live? Ich freue mich auf den Stream. Ja. Ist es ja genau das. Und diese Live-Interaktion, mit den Leuten zu reden, dann direkt ein Feedback zu bekommen, ist es halt schon geil. Und bei euch beiden ist es halt nochmal ein ganz anderes Ausmaß, was es angeht, gerade so auf YouTube und Twitch und halt von der Menge natürlich auch. Und wie viele Leute gucken denn so einen TikTok-Stream? Boah, das schwankt extrem zwischen 200 und 800. Das ist doch auch krank viel. Ja klar, aber ich finde TikTok-Livestream ist halt... Ja gut, ein TikTok-Livestream von der Zuschauerqualität, das ist ein sehr komisches Wort. Aber so von der... TikTok ist halt eine schnelllebige App. Genau, dass da mal jemand kurz auf deinen Livestream kommt, ist was anderes, als wenn sich jemand aktiv dazu entscheidet, deinen YouTube-Stream über Stunden zu verfolgen. Genau, genau. Ja. Aber ich hätte trotzdem nicht... Also bis zu 800 ist ja schon wirklich krass. Ja. Gut, man muss auch dazu sagen, du bist ja über 100.000 bei TikTok. Das stimmt, ja. Wie viel hast du jetzt auf TikTok? 108, glaube ich. 108.000. Krank. Ja, ist auch eine Menge. Ja, auf jeden Fall. Hast du mehr Follower als Tanja und ich? Wie viel hast du auf TikTok? 3.000, 5.000? Auf TikTok? Oh Gott, das weiß ich gar nicht. TikTok habe ich gar nicht. TikTok muss ich nachkommen. Äh, nachgucken. Nachgucken? Nachkommen. Warte. Tanja, wenn das dein Sohn hört, hast du auch bald einen TikTok-Account. Ey, ich habe die 3.000 geknackt. Möchte ich nicht. Krass. Ich habe 3.085. Mhm. Ein kleiner TikTok-Star. Komisch, ich habe noch keine Model-Anfragen bekommen. Komisch. Du tanzt ja auch nicht so lustig. Was? Du tanzt ja auch nicht so lustig. Hast du meine TikToks noch nicht gesehen? Da würde ich dich echt mal sehen. Jetzt sind alle so, was? Mal wenn da tanzt TikToks. Das nächste Gerücht in die Welt gesetzt. Ja, ich twerk immer vor der Kamera. Das stimmt wirklich, aber man muss ja abonnieren. Ja. Das Video taucht erst auf, wenn man ein Follower auf TikTok dagelassen hat. Genau, so sieht es nämlich aus. So funktioniert das immer. Ja, ja. Hast du was mit TikTok am Hut? Nein. Gar nicht? Möchte ich auch nicht. Nee, willst du nicht? Meine Tochter hat mir letztes Mal was geschickt. Ich hätte mich dafür anmelden müssen. Dann habe ich gesagt, zeig es mir auf deinem Handy. Ich möchte es nicht. Ja. Warum? Also als Gründer? Das nicht auch noch. Okay, okay. Aber nicht, weil du die Plattform scheiße findest? Nee, ich habe mich auch bei dem Shisha.com, der neuen Plattform, angemeldet und vergesse da auch immer, da irgendwas zu posten. Ja, da will ich auch ungefähr seit zwei Monaten mit anfangen. Ja, also ich finde, Shisha.com ist halt so ein Ding, ich vergesse oft zu posten, aber die Kommunikation auf Shisha.com ist halt was ganz anderes, weil es halt nur Shisha-Verrückte sind. Und da diese Talks auch in die Materie rein und so zu fragen, Lieblings-Setup und du kriegst da halt nicht Antworten wie, ich rauche die Amy mit Tonkopf, sondern ich habe die Shikawa mit Wandenberg V1 und einem AO-Hamli. Da sind wirklich so eher die Hardcore-Leute. Ich muss auch sagen, auch wenn ich noch nicht so aktiv bin auf Shisha.com, ich bin Shisha.com sehr, sehr dankbar für das, was die machen. Weil wenn jetzt wirklich sich YouTube, Twitch und Instagram gleichzeitig dazu entscheiden sollten, dass es kein Rauch-Content mehr geben darf, dann haben wir immer noch einen Zufluchtsort und das ist dann Shisha.com. Und deswegen bin ich froh, dass es das jetzt schon gibt und dass das jetzt schon Leute nutzen für den Tag X, der aber hoffentlich in weiter Ferne liegt. Ja. Deswegen ist das schon eine coole Sache, finde ich. und ich sollte da vielleicht auch mal mit anfangen. Eventuell. Ja. Ja, TikTok habe ich mich auch lange Zeit gegen gestrebt, aber ich habe dir ja vorhin von meiner neuen Format-Idee erzählt, wo ich jetzt auch schon die ersten zwei zu gemacht habe. Da soll auch noch mehr kommen. Weiß nicht, hast du das schon mitbekommen, Alex? Die Shorts meinst du? Ja, genau. Also Shorts, TikToks und Reels. Da habe ich mich eh gefragt, warum die noch nicht auf TikTok sind. Die sind auf TikTok. Sind die auf TikTok? Die sind auf TikTok. Ach krass. Die hatten, also ich habe es eben auch gesehen. Das eine hat jetzt 30.000, 35.000, das andere hat 43.000. Also, dann mag mein Alkobus dich einfach nicht. Okay. Hast du mich gefollowt? Nein. Raus. Shisha-Cast ab jetzt ohne Alex. So ein Ding. Zack. Raus. Rationalisiert. Fertig. Natürlich folge ich dir. Okay. Dankeschön. Ja, TikTok auf jeden Fall was ganz Besonderes. Ich habe mich auch wirklich lange dagegen gewehrt. Ich hatte auch lange keinen Bock auf diese Plattform. Ich finde auch immer noch, dass es eine sehr schwierige Plattform ist. Also, natürlich hat jede Plattform irgendwo mit ihren Problemchen zu kämpfen. Aber ich finde, TikTok hat mit Abstand die meisten. Sei es das grundlegende Produkt von einer chinesischen Firma, die dazu gezwungen ist, alle Daten an die chinesische Regierung auszugeben. Dann die ganzen Analysen, was diese App alles von deinem Handy zieht. Oder seien es die 13-Jährigen, die da irgendwie in die Kamera twerken, hunderttausende Aufrufe haben und gleichzeitig auch hunderttausende Pädo-Anfragen in ihren DMs haben. Sehr, sehr schwieriges Thema. Ich habe mich wirklich lange dagegen gewehrt, bis mir irgendjemand mal den Trick gezeigt hat, dass wenn du einen TikTok siehst, den du nicht magst, dass du einfach gedrückt halten kannst und sagen kannst, das interessiert mich nicht. Ich habe am Anfang immer einfach ganz schnell weggeswiped, wenn da wieder irgendein 9-Jährige in den Arsch in die Kamera hält. Schrecklich, dass da keine Watchtime kommt. Aber wenn du sagst, ich habe da kein Interesse dran, ist echt gut. Also, das funktioniert total gut, weil der TikTok-Algorithmus ist wirklich geisteskrank. Und der merkt sehr, sehr schnell dann, was du gucken willst. Ich kriege jetzt eigentlich nur noch so Business-Tipps, Kameravideos, ab und zu mal was Witziges und Hunde-Videos. Und Hunde-Videos. Das hat der TikTok-Algorithmus wohl gemerkt. Ja, der Algorithmus ist geisteskrank. Also, ich mittlerweile auch einfach nur Gym-Content, ein bisschen Videografie. Ja, Gym-Content fängt jetzt gerade bei mir so an, slidet jetzt so mit rein. Hat ein bisschen gedauert. Stimmt. Aber ich konsumiere auch nicht viel Gym-Content. Ich gehe lieber ins Gym. Nee, aber ich muss sagen, was mich am meisten an der Plattform auch stören würde, ist halt die, ich würde es umschreiben als Unternehmensphilosophie dahinter, wie umgegangen wird mit der Plattform und was im Hintergrund passiert. Aber die kreativen Möglichkeiten, was du mit der App machen kannst, und man sieht es ja auch auf Instagram, wie die Funktionen teilweise übernommen werden. Ja, wie die verzweifelt versuchen, an dem letzten Faden, der noch von der Leiter hängt, sich festzuhalten und festzuklammern, ist krass. Und man merkt halt, es ist halt die Kreative, also das, was du halt machen kannst, ist halt geisteskrank und es ist halt auch, es ist halt unterhaltsam einfach. Also, wie du manche Sachen umsetzen kannst und so weiter. Auch was, was ich jetzt auch bei Insta auch cool finde, so von den Sounds her, was du da teilweise machen kannst, so, ist einfach cool. Und deswegen. Ja, ist wirklich geil. Also, ich glaube, bei TikTok kommt es noch mehr als bei allen anderen Plattformen darauf an, wie man die Plattform nutzt. Also, ich passe da wirklich auf und immer, wenn da irgendwie wieder ein junges Mädel in die Kamera twerk, ganz schnell sagen, nee, nee, will ich nicht sehen, TikTok, mach das weg, Algorithmus. Wenn man das macht und dann die Sachen liked, die man wirklich sehen will, dann kann man den TikTok-Algorithmus sehr schnell trainieren. Also, wenn da jemand nur irgendwelche jungen Weiber bekommt, die in die Kamera twerken, maybe seid ihr selber schuld, weil ihr es euch dann anguckt. Just saying. Weil, wenn man das wegswipet oder will ich nicht sehen drückt, dann hat man das auch schnell los. Weil da ist der TikTok-Algorithmus auf jeden Fall hinterher. Was ich krass finde, ich merke wirklich, dass TikTok meine Aufmerksamkeitsfähigkeit komplett fickt. Also, wenn ich mal merke, dass ich irgendwie mal einahme, also bei mir passiert es ja eh, ich weiß nicht, Tanja, konsumierst du viel Social Media persönlich? Ja, Facebook. Facebook? Oh, wild, da kommen wir in eine ganz neue Kategorie. Also, Facebook ist für mich wirklich der größte Schmutz. Von allem. Wenn ich einen Button hätte, Facebook auslöschen, also wirklich nur Facebook die Plattform, nicht Meta die Company, dann würde ich den jetzt drücken. Bei mir liegt es halt, ich habe viel vom Erzieherischen her, also den Hintergrund, wir haben da viele Gruppen, wo man halt viel rauszieht und halt wäschbar. Ganz großes Ding. Ich glaube auch wirklich, wenn Facebook nicht diese Gruppen hätte und einfach die moderne Form von einem Forum wäre, dann würde es keinen Grund geben, Facebook zu haben. Ich glaube, dann hätte auch fast niemand mehr Facebook, weil früher war halt dieses so, und wie viele Freunde hast du und mit wem bist du befreundet und hast du schon gesehen, wo der am Wochenende war und so dieses typische Oldschool Social Media. Ich habe auch glaubt, also wirklich nur noch die Vespa-Freunde als Freunde markiert, so eine Handvoll, also wirklich gar nicht mehr viel, mir geht es eigentlich wirklich nur noch um die Gruppen und ja, Bastelideen halt, was man halt so braucht im Berufsleben. Und da habt ihr so eine, also du hast ja eine Vespa, du hast mir vorhin erzählt, eine 300er, ne? Und dann habt ihr eine Gruppe und dann organisiert ihr da eure Touren und dann geht's auf Tour. Rhein-Neckar-Kreis heißt die Gruppe, ja. Und da verabreden wir uns dann immer zu größeren Touren durch den Odenwald, an den Gardasee sind wir gefahren oder jetzt, ich sag ja, die ganzen Pässe abgefahren in Italien, Österreich, ja. Wie viele Leute sind da so mit dabei? Dabei sind jetzt, ich glaube, es waren es 120. Die mitfahren? Ja. Ihr fahrt da mit einer 120-Mann-Truppe? Nee, immer 120 Leute sind es nicht, aber schon eine große Gruppe, ja. Krass. Und das ist dann halt immer, man zaubert den Leuten an der Straße dann immer so ein Lächeln. Ja, ich würde es auch feiern, wenn da so 100 Roller an mir vorbeipilzen. Das ist immer so, wenn ich alleine mit meiner Vespa unterwegs bin, mit meinem Luigi. Darf man eigentlich Roller sagen oder ist das dann, es muss schon eine Vespa sein? Ja, es ist eine Roller. Ja, Vespa ist doch eine Marke, oder? Ja, ja, genau, das war ja die Frage. Also, weißt du, es ist wie so, Digga, ich fahre kein Auto, ich fahre ein AMG. Ja, ja, ja. Ich verstehe es, ja. Nee, das darf man schon sagen. Okay. Also, kein Problem. Ich wollte da nicht in ein Fettnäpfchen hüpfen. Alles gut. Wenn, dann wäre es eh zu spät gewesen. Ja, dann wäre es eh zu spät. Ich habe versucht, das zu retten. Danke fürs Wieder-Reinschubsen, Alex. Kein Problem, immer gerne. Ja. Ja, und dann gibt es da so schöne Touren. Da gibt es richtig, richtig tolle Touren, ja. Wo wir dann auch viel belächelt werden von Motorradfahren, dass wir das überhaupt machen auf Stilfzerjoch und aufs Handenjoch und die ganzen Dinger. Der uralte Kampf Roller versus Motorrad. Genau. Wie? Das kannst du eigentlich eins zu eins übertragen auf Meerloch oder nicht Meerloch und Funnel, sondern so Kamin-Setup und Funnel. Mach doch einfach, was du willst. Hauptsache, das hast du Spaß. Ja, kann man eigentlich genauso. Und was hast du sonst für Hobbys? Also, die Vespa-Kultur ist ein großer Punkt bei dir? Ganz, ganz groß. Ja, und dann ist eigentlich, nehme viel Wohnwagen und Kinder und Enkelkinder. Also, Enkelkinder ist gerade, ja. Ja, das kommt gleich, ganz, ganz gleich nachwäschbar. Da sind aber wahrscheinlich deine Kinder auch froh, dass sie eine Mama haben, beziehungsweise die Enkelkinder, eine Omi haben, die sie dann einfach mal mit den Urlauben nimmst und so, oder? Ja, das ist jetzt zwar nur von meiner Tochter irgendwie und von meinem Mann der Sohn, und die anderen sind noch zu klein. Also, ich nehme erst ab zwei, ungefähr anderthalb, zwei. Also, nicht die ganz, ganz kleinen. Wie alt sind denn deine Enkelkinder dann? Also, von fünf bis sieben Monate. Fünf bis sieben Monate? Also, fünf, dann haben wir eine zweieinhalbjährige, dann haben wir jetzt nächsten Monat einen Einjährigen, dann kommt sieben Monate und am siebten war sie zwei. Krass. Ja. Also, wirklich noch sehr jung. Sehr klein, ja. Also, bist du auch erst in den Startlöchern der Shisha-Omi? Ja, schon seit fünf Jahren jetzt, ja. Ja, gut, fünf Jahre sind vielleicht nicht mehr die Startlöcher. Also, die haben uns fünf Jahre lang jedes Jahr bombardiert mit Enkelkinder. Das soll ja nicht langweilig werden. In einem Jahr sogar zwei. Also, der eine kam im Juli und der andere kam dann im November. Boah, krass. Also, da weiß man dann gar nicht mehr, wo und welche Seite man als erstes schuckeln soll. Hast du da auch Fragen im Livestream zu? Weil, also, ich meine, du musst ja eine Lebenserfahrung haben, mit der ich gar nicht dienen kann im Stream. Weißt du? Also, ich stelle mir das sehr, sehr cool. Du bist ja bestimmt auch für viele Leute so eine Art Bezugsperson und eine weise Beraterin in vielen Sachen, oder? Meinst du nicht? Das geht jetzt nicht so tief rein, nee. Weil, ich denke mal, mein Publikum ist halt auch schon noch ziemlich jung. Ja, aber ich glaube, das könnte ja für manche genau der Punkt sein. Weißt du, dass du jemand bist, den sie aus dem Internet kennen, wo sie vielleicht nicht mit ihren Eltern drüber reden wollen? Ja, so tiefe Themen hatten wir noch nicht. Nee? Okay. Aber ich hätte, weil du es gerade angesprochen hast, von wegen Erfahrung, Schatz, und wissen, was wir halt überhaupt, wo wir keine Ahnung haben. Also, Tanja, wusstest du oder hattest du während der Schwangerschaft Zahnschmerzen? Ich habe sogar bei jedem Kind einen Zahn verloren. Ja. Wirklich auch? Ja. Das war nämlich, das hat uns jemand erzählt, und Alex und ich waren so, du bist schwanger und hast Zahnschmerzen. Natürlich verstehe ich den Zusammenhang. Ja, also wir waren komplett mindblown, dass das ein Ding war. Du hast wirklich einen Zahn verloren bei jedem Kind. Mhm. Weil das ist ja dieses Sprichwort, wo wir dann noch so waren, so, hä, what the fuck? Noch nie gehört. Das ist so? Ja, also manche haben wirklich nur Zahnschmerzen. Und bei mir war es dann immer heftigste Entzündungen, dass das hat raus müssen. Krass. Also, das ist ein perfektes Beispiel eigentlich, Alex. Das sind so Sachen, damit sind wir noch nicht konfrontiert, damit hatten wir noch nie was zu tun. Wissentlich. Und die Mütter leiden immer für ihre Kinder, ja. Das finde ich immer noch so krank, weil noch nie was davon gehört. Und als das im Livestream aufkam, das Thema so, ich bin schwanger und habe jetzt Zahnschein, so, wo ist der Zusammenhang? Es war für uns halt vollkommen so, weiß ich nicht, es hat geregnet, deswegen habe ich mir ein Knie, na, das wird... Es hat geregnet, deswegen habe ich 100 Euro auf dem Konto. Ja. Hä? Was machst du für ein Sinn? Ja, das verstehe ich nicht. Krass. Ja, aber da gibt es bestimmt einige Sachen. Aber gut, ich kann es ja auch verstehen, wenn man dann vielleicht in einem Livestream nicht so ultra Deep Talks haben will. Wir haben es manchmal, aber dann auch relativ spezifisch oder so, keine Ahnung, wir hatten zum Beispiel letztens jemanden, da ist leider die Freundin ausgezogen, die haben sich getrennt und dann saß er literally im Livestream, während die Freundin ausgezogen ist. Das war jetzt schon hart. Dann haben wir da auch so ein bisschen drüber geredet und über Ex-Freundin und so, habe ich noch ein paar witzige Storys ausgepackt von Ex-Freundin und so. Das war eigentlich schon ganz funny, aber ja, kann ich auch verstehen, wenn man da nicht zu tief gehen möchte. Ja, ich denke, da hören ja dann auch andere zu, dem seine Geschichte dann auszulatschen. Ich weiß nicht, ob die sich so trauen. Ja, aber ich würde ja nichts erzählen, wo ich denke, dass das jetzt der Person unglaublich peinlich wäre, außer es ist der Alex. Da erzähle ich immer die peinlichsten Geschichten. Aber ich glaube, wenn die Ex-Freundin dazugehört hätte, die hätte sich genauso totgelacht darüber. Das war ja nichts Schlimmes. Das Ding ist halt, du bist halt auf einer gewissen Ebene irgendwo Bezugsperson zu den Leuten, weil natürlich, das ist ja dieses typische Social Media, wenn du als, ich sage es mal, Person des öffentlichen Lebens aufstrittst. Du wirst ja irgendwo als Bekannter slash Freund wahrgenommen. Das ist also dieses... Also Bezugsperson fand ich ein bisschen too much, aber wenn Leute wirklich ein-, zweimal die Woche regelmäßig bei den Streams dabei sind und jetzt schon über Jahre, dann, die haben ja ein... Also die wissen ja so viel über mich, die haben so lange mein Leben begleitet. Was man halt nicht vergessen darf, ist, dass das immer eine Einbahnstraße ist. Du gibst und gibst und gibst und gibst, aber du kriegst sehr selten Feedback. Das hast du von ein paar Leuten, mit denen es dann ein bisschen engeren Kontakt gibt, aber bei den meisten Leuten ist das... Du weißt ja nicht wirklich viel über die. Ja. Aber ja, ist wahrscheinlich schon so. Ich bin ja jetzt auch für die Shisha-Szene nicht gerade jung. Darf man auch nicht vergessen. Für den Altersdurchschnitt in der Shisha-Szene, da bin ich ja ein bisschen drüber. Ja, bist halt alt. Also kann ich da vielleicht auch ein bisschen mit Lebenserfahrung glänzen. Und ich weiß ja zum Beispiel, wie es bei mir früher war, wenn meine Eltern früher gesagt haben, du wirst noch froh sein, dass du in der Schule warst. Fang erst mal an zu arbeiten. Ich, pah, dann verdiene ich Geld. Dann kann ich alles machen, was ich will. Lasst mich in Ruhe mit eurem dummen Glaber. Als ob ich die Schule vermissen werde. Jetzt denke ich mir, Bruder, bitte einmal sechs Wochen Ferien, please. Sechs Wochen abstimmen. Nicht mal Ferien. Auch der Alltag einfach. Digga, 13 Uhr vorbei, fertig. Ja. Hausaufgaben macht man eh nicht, außer auf dem Weg zur Schule. Du siehst jeden Tag deine Freunde. Du chillst eigentlich einfach nur da rum. Machst irgendeinen Kack. Hörst du ein bisschen... So hat mein Sohn mal gesagt, warum gehst du in die Schule? Du sollst lernen, hab ich gesagt. Ich geh in die Schule, um zu chillen. Um Freunde zu treffen. Der Junge hat's verstanden. Nicht das, was wir sagen sollten, aber... Genau. Ja, aber es ist ja so, das ist halt... Also natürlich sollte man in der Schule lernen, macht immer schön brav eure Hausaufgaben, aber in der Zwischenzeit hängt man halt mit seinen ganzen Freunden rum. Ja, dann hat man Pausen, dann hat man um 13 Uhr aus, dann hat man auch Ferien, ewig lange. Ja. Wirklich. Wir kommen in meiner Welt. Ja. Du hast es natürlich schlau gemacht. Wir waren eigentlich Dummköpfe. Ja. Wir haben nie Urlaub. Nee, du fährst bald in Urlaub, ne? Ja, ich bin bald im Urlaub. Deswegen müssen wir ja auch am 22. eigentlich aufnehmen, weil ich komme aus Spanien wieder, am 21. Und am 23. sind wir potenziell wieder weg, ja. Vom Urlaub in Urlaub, Alex. Schlimm, ne? Wie du Urlaub machst, ne? Würde ich gerne mal arbeiten. Ja, Spanien ist ja Geschäftsreise. Ah. Ja, Spanien wird wahrscheinlich schon anstrengend, aber auch übelgeil. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich bin ja auch eins noch am Überlegen, was ich jetzt mache mit Urlaub, aber das muss ich mal gucken. Ja. Willst du uns verraten, wohin es geht? Wir wissen es noch nicht. Nur, das war so, meine Freundin hat gesagt, da und da habe ich deinen Urlaub. Da kommst du ja auch wieder, haben ein bisschen Zeit zusammen. Ich meine, so wollen wir nicht eigentlich mal wieder wegfahren, weil wir waren, glaube ich, letztes Mal 2018 oder 2019 weg gewesen. War der nach Corona nicht nochmal weg? Nee. Ihr wart in Ägypten das letzte Mal, ne? Genau. War das echt 18 oder 19? Ja. Boah, krank. Das kommt mir gar nicht so... Und danach hat es sich halt nie wirklich ergeben gehabt. Bei mir wegen Uni, bei ihr wegen Arbeit. Das hat sich immer überschnitten. Und jetzt war halt so, wollen wir nicht einfach spontan gucken, ob wir nochmal wegfahren. Ja. So einfach mal wieder zusammen irgendwo hin und chillen. Sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Ich habe letztens nachgeguckt. Ich war tatsächlich seit 2015 nicht mehr privat im Urlaub. Krass. Ja, das ist sehr, sehr dumm. Muss ich auf jeden Fall ändern. Ja. Gut, ich weiß nicht, wie es euren Köpfchen geht, aber meins ist wirklich so langsam am Ende vom Lebenszyklus. Und Tanja, wir haben ja heute auch noch einen Stream vor uns. Wir haben noch ein bisschen was. Ja, wir haben noch ein bisschen was. Aber Tanja, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich danke für die Einladung. Wie war die erste Shisha-Cast-Experience? Nicht so aufregend, wie ich gedacht habe. Am Anfang war es wieder Herzflattern. Also gehört, Alex, wir sind langweilig. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist einfach langweilig. Warum hört ihr euch das eigentlich an? Kuss an jeden, der jetzt noch am Start ist. Für mich eher noch aufregend. Nee, es war in Ordnung, voll top in Ordnung. Hat mir gut gefallen. Und ja, gerne wieder. Stark. Machen wir auf jeden Fall. Bei den 20.000 dann. Die ich vielleicht mal irgendwann erreiche. Ja, bei so einem Anlass. Und auch danke nochmal an jenen, der bis jetzt noch zugehört hat. Die nächste Folge kommt gewiss auch. Nochmal danke an Tanja fürs Dabeisein. Wir bereiten dann jetzt langsam den Stream vor. Und dann geht es für uns direkt weiter. Und da sehen wir uns bestimmt auch. Vielleicht hat ja jemand, der jetzt noch den Shisha-Cast hört, dann auch den Stream schon gesehen. Das ist ja wild. Hoffen wir das. Ja. So. Ja, soviel auf jeden Fall zu unserem heutigen Shisha-Moodie-Special. Beim nächsten Mal geht es, denke ich, dann mit unserer Erfahrung von der Shisha-Messe in Spanien weiter, oder? Stimmt, ja. Die nächste Folge, die dann kommt, ist die Folge nach der Shisha-Messe Spanien. Also unsere Reise nach Spanien, unsere Erfahrung auf der Messe. Hoffentlich, dass alles gut geklappt hat. Hoffentlich, ja. Wobei, sind wir mal ehrlich, alles klappt nicht immer gut. Aber am Ende ist alles gut oder es ist noch nicht das Ende. Genau. Und damit beenden wir die Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Macht's gut. Tschüss. Und Shisha-La-Vischa. Oh ja. Oh, Shisha-La-Vischa. Stimmt. Tschüss. 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 Tschüss.